Josef Roth, Juden auf Wanderschaft, Vorwort Dieses Buch verzichtet auf den Beifall und die Zustimmung, aber auch auf den Widerspruch und sogar die Kritik derjenigen, welche die Ostjuden missachten, verachten, hassen und verfolgen. Es wendet sich nicht an jene Westeuropäer, die aus der Tatsache, dass sie bei Lift und Wasserklosett aufgewachsen sind, das Recht ableiten, über rumänische Läuse, galizische Wanzen, russische Flöhe schlechte Witze vorzubringen. Dieses Buch verzichtet auf die objektiven Leser, die mit einem billigen und sauren Wohlwollen von den schwanken Türmen westlicher Zivilisationen auf den Nahen Osten hinabschielen und auf seine Bewohner. Aus purer Humanität die mangelhafte Kanalisation bedauern und aus Furcht vor Ansteckung arme Emigranten in Baracken einsperren, wo die Lösung eines sozialen Problems dem Massentod überlassen bleibt. Dieses Buch will nicht von jenen gelesen werden, die ihre eigenen durch einen Zufall der Baracke entronnenen Väter oder Urväter verleugnen. Dieses Buch ist nicht für Leser geschrieben, die es dem Autor übel nehmen würden, dass ihr den Gegenstand seiner Darstellung mit Liebe behandelt, statt mit wissenschaftlicher Sachlichkeit, die man auch Langeweile nennt. Für wen also ist dieses Buch bestimmt? Der Verfasser hegt die törichte Hoffnung, dass es noch Leser gibt, vor denen man die Ostjuden nicht zu verteidigen braucht. Leser, die Achtung haben vor Schmerz, menschlicher Größe und vor dem Schmutz, der überall das Leid begleitet. Westeuropäer, die auf ihre sauberen Matratzen nicht stolz sind. Die fühlen, dass sie vom Osten viel zu empfangen hätten und die vielleicht wissen, dass aus Galicien, Russland, Litauen, Rumänien große Menschen und große Ideen kommen, aber auch in ihrem Sinne nützliche, die das feste Gefüge westlicher Zivilisation stützen und ausbauen helfen. Nicht nur die Taschendiebe, die das niederträchtigste Produkt des westlichen Europäertums, nämlich der Lokalbericht, als Gäste aus dem Osten bezeichnet. Dieses Buch wird leider nicht imstande sein, das ostjüdische Problem mit der umfassenden Gründlichkeit zu behandeln, die es erfordert und verdient. Es wird nur die Menschen zu schildern versuchen, die das Problem ausmachen und die Verhältnisse, die es verursachen. Es wird nur Bericht erstatten über Teile des riesigen Stoffgebietes, das, um in seiner Fülle behandelt zu werden, vom Autor so viel Wanderungen verlangen würde, wie viel einige ostjüdische Generationen durchlitten haben. Ostjuden im Westen Der Ostjude weiß in seiner Heimat nichts von der sozialen Ungerechtigkeit des Westens. Nichts von der Herrschaft des Vorurteils, das die Wege, Handlungen, Sitten und Weltanschauungen des durchschnittlichen Westeuropäers beherrscht. Nichts von der Enge des westlichen Horizonts, den Kraftanlagen umsäumen und Fabrikschornsteine durchzacken. Nichts von dem Hass, der bereits so stark ist, dass man ihn als daseinserhaltendes und lebenstötendes Mittel sorgfältig hütet, wie ein ewiges Feuer, an dem sich der Egoismus jedes Menschen und jedes Landes wärmt. Der Ostjude sieht mit einer Sehnsucht nach dem Westen, die dieser keinesfalls verdient. Dem Ostjuden bedeutet der Westen Freiheit, die Möglichkeit zu arbeiten und seine Talente zu entfalten, Gerechtigkeit und autonome Herrschaft des Geistes. Ingenieure, Automobile, Bücher, Gedichte schickt Westeuropa nach dem Osten. Es schickt Propagandaseifen und Hygiene, Nützliches und Erhabenes, es macht eine lügnerische Toilette für den Osten. Dem Ostjuden ist Deutschland zum Beispiel immer noch das Land Goethes und Schillers, der deutschen Dichter, die jeder lernbegierige jüdische Jüngling besser kennt als unser hakenkreuzlerischer Gymnasiast. Der Ostjude hat im Krieg nur jenen General kennengelernt, der eine humane Ansprache an die Jiden in Polen affischieren ließ, die das Kriegspressequartier formuliert hatte, nicht aber der General, der kein schön geistiges Buch gelesen hat und trotzdem den Krieg verliert. Dagegen sieht der Ostjude nicht die Vorzüge seiner Heimat, nicht die grenzenlose Weite des Horizonts, nicht von der Qualität dieses Menschenmaterials, das Heilige und Mörder aus Torheit hergeben kann, Melodien von trauriger Größe und besessener Liebe. Er sieht nicht die Güte des slawischen Menschen, dessen Rohheit noch anständiger ist als die gezähmte Bestialität des Westeuropäers, der sich in Perversionen Luft macht und das Gesetz umschleicht mit dem höflichen Hut in der furchtsamen Hand. Der Ostjude sieht die Schönheit des Ostens nicht. Man verbot ihm, in Dörfern zu leben, aber auch in großen Städten. In schmutzigen Straßen, in verfallenen Häusern leben die Juden, der christliche Nachbar bedroht sie, der Herr schlägt sie, der Beamte lässt sie einsperren, der Offizier schießt auf sie, ohne bestraft zu werden, der Hund verbellt sie, weil sie mit einer Tracht erscheinen, die Tiere ebenso wie primitive Menschen reizt. In dunklen Hedern werden sie erzogen. Die schmerzliche Aussichtslosigkeit des jüdischen Gebets lernen sie im frühesten Kindesalter kennen. Den leidenschaftlichen Kampf mit einem Gott, der mehr straft, als er liebt und der einen Genuss wie eine Sünde ankreidet. Die strenge Pflicht zu lernen und mit jungen Augen, die noch hungrig nach der Anschauung sind, das Abstrakte zu suchen. Ostjuden gehen meist nur als Bettler und Hausierer über Land. Die große Mehrzahl kennt den Boden nicht, der sie ernährt. Der Ostjude fürchtet sich in fremden Dörfern und in Wäldern. Er ist teils freiwillig, teils gezwungen, ein Abgesonderter. Er hat nur Pflichten und keine Rechte, außer denen auf dem bekannten Papier das Nichts verbirgt. Aus Zeitungen, Büchern und von optimistischen Emigranten hört er, dass der Westen ein Paradies sei. In Westeuropa gibt es einen gesetzlichen Schutz vor Pogromen. Juden werden in Westeuropa Minister und sogar Vizekönige. In vielen ostjüdischen Häusern ist das Bild jenes Moses Montefiore zu sehen, der am Tisch des Königs von England rituell gespeist hat. Der große Reichtum der Rothschilds wird im Osten märchenhaft übertrieben. Hier und da schreibt ein Ausgewanderter einen Brief, in dem er den Daheimgebliebenen die Vorzüge der Fremde schildert. Die meisten jüdischen Emigranten haben den Ehrgeiz, nicht zu schreiben, solange es ihnen schlecht geht. Und das Bestreben, die neue Wahlheimat vor der Alten herauszustreichen. Sie haben die naive Sucht des Kleinstädters, den Ortsgenossen zu imponieren. In einer kleinen Stadt des Ostens wird der Brief eines Ausgewanderten eine Sensation. Alle jungen Leute des Ortes und sogar die Älteren ergreift die Lust, auch auszuwandern. Dieses Land zu verlassen, in dem jedes Jahr ein Krieg und jede Woche ein Pogrom ausbrechen könnte. Und man wandert. Zu Fuß, mit der Eisenbahn und auf dem Wasser. Nach den westlichen Ländern, in denen ein anderes, ein bisschen reformiertes, aber nicht weniger grausames Ghetto sein Dunkel bereithält. Die neuen Gäste zu empfangen, die den Schikanen der Konzentrationslager halb lebendig entkommen sind. Wenn hier die Rede von Juden war, die das Land nicht kennen, das sie ernährt, so war damit der größte Teil der Juden gemeint. Nämlich der in Frömmigkeit und nach den alten Gesetzen lebende. Es gibt freilich Juden, die weder den Herrn noch den Hund, weder die Polizei noch die Offiziere fürchten, die nicht im Ghetto leben, Kultur und Sprache der Wirtsvölker angenommen haben. Den Westjuden ähnlich und eher gesellschaftliche Gleichberechtigung genießen als diese. Dennoch in der freien Entfaltung ihrer Talente immer noch gehemmt, solange ihre Konfession nicht gewechselt und sogar nachdem sie es getan haben. Denn unvermeidlich ist die durchaus jüdische Verwandtschaft des glücklichen Assimilierten und selten entgeht ein Richter, ein Advokat, ein Kreisarzt jüdischer Abstammung dem Schicksal, einen Onkel zu besitzen, einen Vetter, einen Großvater, der schon durch sein Aussehen die Karriere Arrivierten gefährdet und dessen gesellschaftliche Achtung beeinträchtigt. Diesem Schicksal entgeht man schwer. Und statt es zu fliehen, beschließen viele, sich ihm zu unterwerfen, indem sie ihr Judentum nicht nur nicht verleugnen, sondern sogar kräftig betonen und sich zu einer jüdischen Nation bekennen, über deren Bestand seit einigen Jahrzehnten kein Zweifel mehr ist und über deren Berechtigung unmöglich ein Streit entstehen kann, weil schon der Wille von einigen Millionen Menschen genügt, eine Nation zu bilden, selbst wenn sie früher nicht bestanden haben sollte. Der jüdisch-nationale Gedanke ist im Osten sehr lebendig. Sogar Menschen, die weder mit der Sprache noch mit der Kultur noch mit der Religion ihrer Väter viel gemein haben, bekennen sich, Kraft ihres Blutes und ihres Willens, zur jüdischen Nation. Sie leben als nationale Minderheit im fremden Lande, um ihre staatsbürgerlichen und nationalen Rechte besorgt und kämpfend, teils der palästinensischen Zukunft entgegen, teils ohne den Wunsch nach einem eigenen Land und mit Recht überzeugt, dass die Erde allen gehört, die ihre Pflicht ihr gegenüber erfüllen. Doch nicht imstande die Frage zu lösen, wie der primitive Hass gelöscht werden könnte, der im Wirtsvolk gegen eine gefährlich scheinende Anzahl Fremder brennt und Unheil anrichtet. Auch diese Juden leben nicht mehr im Ghetto, ja, nicht einmal mehr in der wahren und warmen Tradition, heimatlos wie auch die Assimilierten und zuweilen heroisch, weil sie freiwillig Opfer für eine Idee sind und sei es auch für eine nationale. Sowohl die Nationalen als auch die Assimilierten Juden bleiben meist im Osten. Jene, weil sie ihre Rechte erkämpfen und nicht fliehen wollen, diese, weil sie sich einbilden, die Rechte zu besitzen oder weil sie das Land lieben, wie der christliche Teil des Volkes. Und mehr als dieser. Die Emigranten also sind Menschen, die müde werden dieser kleinen und grausamen Kämpfe. Und die wissen, fühlen oder nur ahnen, dass im Westen ganz andere Probleme lebendig werden neben den Nationalen. Und dass die nationalen Streitigkeiten im Westen ein lärmendes Echo von gestern sind und nur ein Schall von heute. Dass im Westen ein europäischer Gedanke geboren ist, der übermorgen oder sehr spät und nicht ohne Leid zu einem Weltgedanken reifen wird. Diese Juden ziehen es vor, in Ländern zu leben, in denen die Rassen und nationalen Fragen nur noch die stimmkräftigen und sogar mächtigen, aber zweifellos gestrigen und mit einem Geruch von Moder, Blut und Dummheit umherwandelnden Teile der Völker beschäftigen. In Ländern, in denen trotz allem einige Köpfe an den Fragen von morgen arbeiten. Diese Emigranten stammen aus den russischen Grenzländern, nicht aus Russland. Andere wandern aus, weil sie Beruf und Arbeit verloren haben oder nicht finden. Es sind Brotsucher, Proletarier, wenn auch nicht immer mit proletarischem Bewusstsein. Andere sind vor dem Krieg und der Revolution geflohen. Es sind Flüchtlinge, meist Kleinbürger und Bürger, verbissene Feinde der Revolution und konservativ, wie es kein bodenständiger Landadeliger sein könnte. Viele wandern aus Trieb und ohne Recht zu wissen, warum. Sie folgen einem unbestimmten Rufe der Fremde oder dem bestimmten eines arrivierten Verwandten, der Lust, die Welt zu sehen und der angeblichen Enge der Heimat zu entfliehen, dem Willen zu wirken und ihre Kräfte geltend zu lassen. Viele kehren zurück. Noch mehr bleiben unterwegs. Die Ostjuden haben nirgends eine Heimat, aber Gräber auf jedem Friedhof. Viele werden reich. Viele werden bedeutend. Viele werden schöpferisch in fremder Kultur. Viele verlieren sich und die Welt. Viele bleiben im Ghetto und erst ihre Kinder werden es verlassen. Die meisten geben dem Westen mindestens so viel, wie viel er ihnen nimmt. Manche geben ihm mehr, als er ihnen gibt. Das Recht, im Westen zu leben, haben jedenfalls alle, die sich opfern, indem sie ihn aufsuchen. Ein Verdienst um den Westen erwirbt sich jeder, der mit frischer Kraft gekommen ist, die tödliche, hygienische Langeweile dieser Zivilisation zu unterbrechen. Und sei es selbst um den Preis einer Quarantäne, die wir den Immigranten vorschreiben, ohne zu fühlen, dass unser ganzes Leben eine Quarantäne ist und alle unsere Länder Baracken und Konzentrationslager, allerdings mit modernstem Komfort. Die Immigranten assimilieren sich, leider, nicht zu langsam, wie man ihnen vorwirft, sondern viel zu rasch an unsere traurigen Lebensbedingungen. Ja, sie werden sogar Diplomaten und Zeitungsschreiber, Bürgermeister und Würdenträger, Polizisten und Bankdirektoren und eben solche Stützen der Gesellschaft, wie es die bodenständigen Glieder der Gesellschaft sind. Nur sehr wenige sind revolutionär. Viele sind Sozialisten aus persönlicher Notwendigkeit. In der Lebensform, die der Sozialismus erkämpfen will, ist die Unterdrückung einer Rasse unmöglich. Viele sehen im Antisemitismus eine Erscheinung der kapitalistischen Wirtschaftsform. Sie sind nicht bewusst deshalb Sozialisten. Sie sind Sozialisten, weil sie Unterdrückte sind. Die meisten sind Kleinbürger und Proletarier ohne proletarisches Bewusstsein. Viele sind reaktionär aus bürgerlichem Instinkt, aus Liebe zum Besitz und zur Tradition, aber auch aus der nicht unbegründeten Furcht vor einer veränderten Situation, die für Juden keine Verbesserter sein könnte. Es ist ein historisches Gefühl, genähert durch die Erfahrung, dass die Juden die ersten Opfer aller Blutbäder sind, welche die Weltgeschichte veranstaltet. Deshalb ist vielleicht der jüdische Arbeiter ruhig und geduldig. Der jüdische Intellektuelle mag mit leidenschaftlicher Aktivität der revolutionären Bewegung Antrieb und Schärfe geben. Der ostjüdische Arbeiter ist in seiner Liebe zur Arbeit, seiner nüchternen Denkweise, seinem ruhigen Leben, dem Deutschen zu vergleichen. Es gibt nämlich ostjüdische Arbeiter – ich vermute, dass man diese Selbstverständlichkeit unterstreichen muss – in einem Land, in dem in so kurzen Abständen Organe der Öffentlichkeit das Wort von der unproduktiven Masse der östlichen Einwanderer wiederholen. Es gibt ostjüdische Arbeiter, Juden, die nicht feilschen, handeln, überbieten und rechnen können, alte Kleider nicht einkaufen, mit Bündeln nicht hausieren, – die aber dennoch oft gezwungen werden, einen demütigenden und traurigen Handel zu betreiben, weil keine Fabrik sie nimmt, weil gewiss notwendige Gesetze die einheimischen Arbeiter vor der Konkurrenz Fremder schützen und weil – gäbe es selbst diese Gesetze nicht – das Vorurteil der Unternehmer, aber auch der Kameraden den jüdischen Arbeiter unmöglich machen könnte. In Amerika ist er nicht selten. In Westeuropa weiß man nichts von seiner Existenz und leugnet sie. Man leugnet im Westen auch den jüdischen Handwerker. Im Osten gibt es jüdische Klempner, Tischler, Schuster, Schneider, Kirschner, Fassbinder, Glaser und Dachdecker. Der Begriff von Ländern im Osten, in denen alle Juden Wunderrabbi sind oder Handel treiben, die ganze christliche Bevölkerung aus Bauern besteht, die mit den Schweinen zusammenwohnen und aus Herren, die unaufhörlich auf die Jagd gehen und trinken, diese kindischen Vorstellungen sind ebenso lächerlich wie der Traum des Ostjuden von einer westeuropäischen Humanität. Dichter und Denker sind unter den Menschen im Osten häufiger als Wunderrabbis und Händler. Im Übrigen können Wunderrabbis und sogar Händler im Hauptberuf Dichter und Denker sein, was westeuropäischen Generälen zum Beispiel sehr schwer zu fallen scheint. Der Krieg, die Revolution in Russland, der Zerfall der österreichischen Monarchie haben die Zahl der nach dem Westen emigrierenden Juden bedeutend erhöht. Sie sind gewiss nicht gekommen, um die Pest zu verbreiten und die Schrecken des Krieges und die übertriebenen Grausamkeiten der Revolution. Sie sind von der Gastfreundschaft der Westeuropäer noch weniger entzückt gewesen, als diese von dem Besuch der geschmählten Gäste. Die Ostjuden hatten die westeuropäischen Soldaten ganz anders aufgenommen. Da sie nun einmal, diesmal nicht freiwillig, im Westen waren, mussten sie einen Erwerb suchen. Sie fanden ihn am leichtesten im Handel, der durchaus kein leichter Beruf ist. Sie gaben sich auf, indem sie Händler im Westen wurden. Sie gaben sich auf. Sie verloren sich. Ihre traurige Schönheit fiel von ihnen ab, und eine staubgraue Schicht von Gram ohne Sinn und niedrigem Kummer ohne Tragik blieb auf ihren gekrümmten Rücken. Die Verachtung blieb an ihnen kleben. Früher hatten sie nur Steinwürfe erreicht. Sie schlossen Kompromisse. Sie veränderten ihre Tracht, ihre Bärte, ihr Kopfhahr, ihren Gottesdienst, ihren Sabbat, ihren Haushalt. Sie selbst hielten noch an den Traditionen fest, aber die Überlieferung löste sich von ihnen. Sie wurden einfache, kleine Bürger. Die Sorgen der kleinen Bürger waren ihre Sorgen. Sie zahlten Steuern, bekamen Meldezettel, wurden registriert und bekannten sich zu einer Nationalität, zu einer Staatsbürgerschaft, die ihnen mit vielen Schikanen erteilt wurde. Sie benutzten die Straßenbahnen, die Lifts, alle Segnungen der Kultur. Sie hatten sogar ein Vaterland. Es ist ein professorisches Vaterland. Der jüdische Nationalgedanke ist im Ostjuden lebendig, auch dann noch, wenn er eine halbe Assimilation an die westlichen Sitten und Gebräuche vollzogen hat. Ja, Zionismus und Nationalitätsbegriff sind im Westen westeuropäisch, wenn auch nicht im Ziel. Nur im Orient leben noch Menschen, die sich um ihre Nationalität, das heißt Zugehörigkeit zu einer Nation, nach westeuropäischen Begriffen nicht kümmern. Sie sprechen mehrere Sprachen und sind ein Produkt mehrerer Rassenmischungen und ihr Vaterland ist dort, wo man sie zwangsweise in eine militärische Formation einreiht. Die kaukasischen Armenier waren lange Zeit weder Russen noch Armenier. Sie waren eben Mohammedaner und Kaukasier und sie lieferten den russischen Zaren die treuesten Leibgarten. Der nationale Gedanke ist ein westlicher. Den Begriff Nation haben westeuropäische Gelehrte erfunden und zu erklären versucht. Die alte österreichisch-ungarische Monarchie lieferte den scheinbar praktischen Beweis für die Nationalitätentheorie. Das heißt, sie hätte den Beweis für das Gegenteil dieser Theorie liefern können, wenn sie gut regiert worden wäre. Die Unfähigkeit ihrer Regierungen lieferte den praktischen Beweis für eine Theorie, die also durch einen Irrtum erhärtet wurde und sich durchgesetzt hat, dank den Irrtümern. Der moderne Zionismus entstand in Österreich, in Wien. Ein österreichischer Journalist hat ihn begründet. Kein anderer hätte ihn begründen können. Im österreichischen Parlament saßen die Vertreter verschiedener Nationen und waren damit beschäftigt, um nationale Rechte und Freiheiten zu kämpfen, die ganz selbstverständlich gewesen wären, wenn man sie gewährt hätte. Das österreichische Parlament war ein Ersatz für nationale Schlachtfelder. Versprach man den Tschechten eine neue Schule, so fühlten sich die Deutschen in Böhmen gekränkt. Und gab man den Polen in Ostgalicien einen Stadthalter polnischer Zunge, so hatte man die Rutenen beleidigt. Jede österreichische Nation berief sich auf die Erde, die ihr gehörte. Nur die Juden konnten sich auf keinen eigenen Boden, Scholle, sagt man in diesem Fall, berufen. Sie waren in Galicien in ihrer Mehrheit weder Polen noch Rutenen. Der Antisemitismus aber lebte sowohl bei Deutschen als auch bei Tschechen, sowohl bei den Polen als auch bei den Rutenen, sowohl bei den Magiaren als auch bei den Rumänern in Siebenbürgen. Die Juden widerlegten das Sprichwort, das da sagt, der Dritte gewinne, wenn zwei sich stritten. Die Juden waren der Dritte, der immer verlor. Da rafften sie sich auf und bekannten sich zu einer, zu ihrer Nationalität, zur jüdischen. Den Mangel an einer eigenen Scholle in Europa ersetzten sie durch ein Streben nach der palästinensischen Heimat. Sie waren immer Menschen im Exil gewesen. Jetzt wurden sie eine Nation im Exil. Sie entsandten jüdisch-nationale Vertreter ins österreichische Parlament und begannen ebenfalls, um nationale Rechte und Freiheiten zu kämpfen, ehe man ihnen noch die primitivsten Menschlichen zuerkannt hatte. Nationale Autonomie war der Schlachtruf Europas, in den die Juden einstimmten. Der Versailler Friedensvertrag und der Völkerbund bemühten sich, auch den Juden das Recht auf ihre Nationalität zuzuerkennen. Heute sind die Juden in vielen Staaten eine nationale Minderheit. Sie haben noch lange nicht, was sie wollen, aber sie haben viel. Eigene Schulen, das Recht auf ihre Sprache und einige solche Rechte mehr, mit denen man glaubt, Europa glücklich zu machen. Aber selbst wenn es den Juden gelingen würde, in Polen, in der Tschechoslowakei, in Rumänien, in Deutsch-Österreich, alle Rechte einer nationalen Minderheit zu erkämpfen, so erhöbe sich immer noch die große Frage, ob die Juden nicht noch viel mehr sind als eine nationale Minderheit europäischer Fasson. Ob sie nicht mehr sind als eine Nation, wie man sie in Europa versteht. Und ob sie nicht einen Anspruch auf viel Wichtigeres aufgeben, wenn sie den auf nationale Rechte erheben. Welch ein Glück, eine Nation zu sein. Wie Deutsche, Franzosen, Italiener, nachdem man schon vor 3000 Jahren eine Nation gewesen ist und heilige Kriege geführt und große Zeiten erlebt hat. Nachdem man fremde Generäle enthauptet und eigene überwunden hat. Die Epoche der Nationalgeschichte und Vaterlandskunde haben die Juden schon hinter sich. Sie besetzten und besaßen Grenzen, eroberten Städte, krönten Könige, zahlten Steuern, waren Untertanen, hatten Feinde, wurden gefangen genommen, trieben Weltpolitik, stürzten Minister, hatten eine Art Universität, Professoren und Schulen, eine hochmütige Priesterkaste und Reichtum, Armut, Prostitution, Besitzende und Hungrige, Herren und Sklaven. Wollen sie es noch einmal? Beneiden sie die europäischen Staaten? Sie wollen gewiss nicht nur ihre nationale Eigenart bewahren. Sie wollen ihre Rechte auf Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit, Rechte, die man ihnen in fast allen europäischen Ländern entzieht oder schmälert. In Palästina vollzieht sich tatsächlich eine nationale Wiedergeburt. Die jungen Chaluzim sind tapfere Bauern und Arbeiter und sie beweisen die Fähigkeit des Juden zu arbeiten und Ackerbau zu treiben und ein Sohn der Erde zu werden, obwohl er jahrhundertelang ein Buchmensch war. Leider sind Chaluzim auch gezwungen zu kämpfen, Soldaten zu sein und das Land gegen die Araber zu verteidigen. Und damit ist das europäische Beispiel nach Palästina übertragen. Leider ist der junge Chaluzim nicht nur ein Heimkehrer in das Land seiner Väter und ein Proletarier mit dem gerechten Sinn eines arbeitenden Menschen, sondern er ist auch ein Kulturträger. Er ist ebenso Jude wie Europäer. Er bringt den Arabern Elektrizität, Füllfedern, Ingenieure, Menschengewehre, flache Philosophien und den ganzen Kram, den England liefert. Gewiss müssten sich die Araber über neue schöne Straßen freuen. Aber der Instinkt des Naturmenschen empört sich mit Recht gegen den Einbruch einer anglos-sächsisch-amerikanischen Zivilisation, die den ehrlichen Namen der nationalen Wiedergeburt trägt. Der Jude hat ein Recht auf Palästina, nicht weil er aus diesem Lande kommt, sondern weil ihn kein anderes Land will. Dass der Araber um seine Freiheit fürchtet, ist aber ebenso verständlich wie der Wille der Juden ehrlich ist, dem Araber ein treuer Nachbar zu sein. Und dennoch wird die Einwanderung der jungen Juden nach Palästina immer an eine Art jüdischen Kreuzzugs erinnern, weil sie leider auch schießen. Wenn also auch die Juden durchaus die üblen Sitten und Gebräuche der Europäer ablehnten, sie können sie nicht ganz ablegen. Sie sind selbst Europäer. Der jüdische Stadthalter von Palästina ist ohne Zweifel ein Engländer. Und wahrscheinlich mehr Engländer als Jude. Die Juden sind Objekt oder Ahnungslose Vollstrecker europäischer Politik. Sie werden benutzt oder missbraucht. Jedenfalls wird es ihnen schwer gelingen, eine Nation mit einer ganz neuen, uneuropäischen Physiognomie zu werden. Das europäische Keinstzeichen bleibt. Es ist gewiss besser, selbst eine Nation zu sein, als von einer anderen misshandelt zu werden. Aber es ist nur eine schmerzliche Notwendigkeit. Welch ein Stolz für den Juden, der längst abgerüstet hat, noch einmal zu beweisen, dass sie auch existieren kann. Denn es ist gewiss nicht der Sinn der Welt, aus Nationen zu bestehen und aus Vaterländern, die, selbst wenn sie wirklich nur ihre kulturelle Eigenart bewahren wollten, noch immer nicht das Recht hätten, auch nur ein einziges Menschenleben zu opfern. Die Vaterländer und Nationen wollen aber in Wirklichkeit noch mehr, noch weniger, nämlich Opfer für materielle Interessen. Sie schaffen Fronten, um Hinterländer zu bewahren. Und in dem ganzen tausendjährigen Jammer, in dem die Juden leben, hatten sie nur den einen Trost, nämlich den, ein solches Vaterland nicht zu besitzen. Wenn es jemals eine gerechte Geschichte geben wird, so wird sie es den Juden hoch anrechnen, dass sie die Vernunft bewahren durfte, weil sie kein Vaterland besaßen in einer Zeit, in der die ganze Welt sich dem patriotischen Wahnsinn hingab. Sie haben kein Vaterland, die Juden, aber jedes Land, in dem sie wohnen und Steuern zahlen, verlangt von ihnen Patriotismus und Heldentod und wirft ihnen vor, dass sie nicht gerne sterben. In dieser Lage ist der Zionismus wirklich noch der einzige Ausweg. Wenn schon Patriotismus, dann lieber einen für das eigene Land. Solange aber die Juden noch in fremden Ländern leben, müssen sie für diese Länder leben und leider auch sterben. Ja, es gibt sogar Juden, die für diese Länder gerne leben und gerne sterben. Es gibt Ostjuden, welche sich an die Länder ihrer Wahl assimilieren und die Vorstellungen der einheimischen Bevölkerung von Vaterland, Pflicht, Heldentod und Kriegsanleihe vollkommen aufgenommen haben. Sie sind Westjuden, Westeuropäer geworden. Wer ist Westjude? Ist es derjenige, der nachweisen kann, dass seine Ahnen in der glücklichen Lage waren, vor den westeuropäischen bzw. deutschen Progromen im Mittelalter und später niemals fliehen zu müssen? Ist ein Jude aus Breslau, das lange Zeit Wroclaw hieß und eine polnische Stadt war, mehr Westjude als einer aus Krakau, das heute noch polnisch ist? Ist derjenige schon Westjude, dessen Vater sich nicht mehr erinnern kann, wie es in Posen oder in Lemberg aussieht? Fast alle Juden waren einmal Westjuden, ehe sie nach Polen und Russland kamen. Und alle Juden waren einmal Ostjuden, ehe ein Teil von ihnen westjüdisch wurde. Und die Hälfte aller Juden, die heute verächtlich oder geringschätzig vom Osten sprechen, hatte Großväter, die aus Tarnopol kamen. Und selbst wenn ihre Großväter nicht aus Tarnopol kamen, so ist es nur ein Zufall, dass ihre Ahnen nicht nach Tarnopol hatten fliehen müssen. Vielleicht konnte einer im Gedränge eines Progroms nach dem Osten geraten, wo man ihn noch nicht zu prügeln begonnen hatte. Es ist deshalb ungerecht zu behaupten, dass ein Jude, der 1914 aus dem Osten nach Deutschland kam, den Sinn der Kriegsanleihe oder der Musterung weniger begriffen hätte, als ein Jude, dessen Ahnen schon seit 300 Jahren zur Musterung oder zum Steueramt gingen. Je dümmer der Einwanderer war, desto schneller zeichnete er Kriegsanleihe. Viele Juden, Ostjuden oder Söhne und Enkel von Ostjuden sind für alle europäischen Länder im Kriege gefallen. Ich sage es nicht, um die Ostjuden zu entschuldigen. Im Gegenteil. Ich werfe es ihnen vor. Sie starben, litten, bekamen Typhus, lieferten Seelsorger für das Feld, obwohl Juden ohne Rabbine sterben dürfen und der patriotische Feldpredigt noch weniger bedurfte als ihre christlichen Kameraden. Sie näherten sich vollkommen den westlichen Unsitten und Missbräuchen. Sie assimilierten sich. Sie beten nicht mehr in Synagogen und Betthäusern, sondern in langweiligen Tempeln, in denen der Gottesdienst so mechanisch wird, wie in jeder besseren protestantischen Kirche. Sie werden Tempeljuden, das heißt gut erzogene, glattrasierte Herren in Gehröcken und Zylindern, die das Gebetbuch in den Leitartikel des jüdischen Leibblattes packen, weil sie glauben, man erkenne sie an diesem Leitartikel weniger als an dem Gebetbuch. In den Tempeln hört man die Orgel, der Kantor und der Prediger tragen eine Kopfbedeckung, die sie dem christlichen Geistlichen ähnlich macht. Jeder Protestant, der sich in einen jüdischen Tempel verehrt, muss zugeben, dass der Unterschied zwischen Jud und Christ gar nicht zu groß ist. Und dass man eigentlich aufhören müsste, ein Antisemit zu sein, wenn die jüdische Geschäftskonkurrenz nicht gar so gefährlich wäre. Die Großväter kämpften noch verzweifelt mit Jehova, schlugen sich die Köpfe wund an den tristen Mauern des kleinen Bethauses, riefen nach Strafe für ihre Sünden und flehten um Vergebung. Die Enkel sind westlich geworden. Sie bedürfen der Orgel, um sich in Stimmung zu bringen. Ihr Gott ist eine Art abstrakter Naturgewalt. Ihr Gebet ist eine Formel. Und darauf sind sie stolz. Sie sind Leutnants in der Reserve. Und ihr Gott ist der Vorgesetzte eines Hofkaplans und just jener Gott, von dessen Gnaden die Könige herrschten. Das nennt man dann westliche Kultur haben. Wer diese Kultur hat, darf bereits den Vetter verachten, der noch echt und unberührt aus dem Osten kommt und mehr Menschlichkeit und Göttlichkeit besitzt, als alle Prediger in den theologischen Seminaren Westeuropas finden können. Hoffentlich wird dieser Vetter genug Kraft haben, nicht der Assimilation zu verfallen. Im Folgenden werde ich versuchen zu beschreiben, wie er und Menschen seiner Art in der Heimat und in der Fremde leben. Das jüdische Städtchen Die kleine Stadt liegt mitten im Flachland, von keinem Berg, von keinem Wald, keinem Fluß begrenzt. Sie läuft in die Ebene aus. Sie fängt mit kleinen Hütten an und hört mit ihnen auf. Die Häuser lösen die Hütten ab. Da beginnen die Straßen. Eine läuft von Süden nach Norden, die andere von Osten nach Westen. Im Kreuzungspunkt liegt der Marktplatz. Am äußersten Ende der Nord-Süd-Straße liegt der Bahnhof. Einmal im Tag kommt ein Personenzug. Einmal im Tag fährt ein Personenzug ab. Dennoch haben viele Leute den ganzen Tag am Bahnhof zu tun. Denn sie sind Händler. Sie interessieren sich auch für Güterzüge. Außerdem tragen sie gern eilige Briefe zur Bahn, weil die Postkasten in der Stadt nur einmal täglich geleert werden. Den Weg zur Bahn legt man zu Fuß in 15 Minuten zurück. Wenn es regnet, muss man einen Wagen nehmen, weil die Straße schlecht geschottert ist und im Wasser steht. Die armen Leute tun sich zusammen und nehmen gemeinsam einen Wagen, in dem sechs Personen zwar nicht sitzen können, aber immerhin Platz finden. Der reiche Mann sitzt allein in einem Wagen und bezahlt für die Fahrt mehr als sechs Arme. Es gibt acht Troschken, die dem Verkehr dienen. Sechs sind Einspänner. Die zwei Einspänner sind vier vornehme Gäste, die manchmal durch einen Zufall in diese Stadt geraten. Die acht Troschkenkutscher sind Juden. Es sind fromme Juden, die ihre Barte nicht schneiden lassen, aber keine allzu langen Röcke tragen wie ihre Glaubensgenossen. Ihren Beruf können sie in kurzen Joppen besser ausüben. Am Sabbat fahren sie nicht. Am Sabbat hat auch niemand etwas bei der Bahn zu suchen. Die Stadt hat 18.000 Einwohner, von denen 15.000 Juden sind. Unter den 3.000 Christen sind etwa 100 Händler und Kaufleute, ferner 100 Beamte, ein Notar, einer Bezirksarzt und acht Polizisten. Es gibt zwar zehn Polizisten, aber von diesen sind merkwürdigerweise zwei Juden. Was die anderen Christen machen, weiß ich nicht genau. Von den 15.000 Juden leben 8.000 vom Handel. Sie sind kleine Krämer, größere Krämer und große Krämer. Die anderen 7.000 Juden sind kleine Handwerker, Arbeiter, Wasserträger, Gelehrte, Kultusbeamte, Synagogendiener, Lehrer, Schreiber, Thora-Schreiber, Thalesweber, Ärzte, Advokaten, Beamte, Bettler und verschmähte Arme, die von der öffentlichen Wohltätigkeit leben. Totengräber, Beschneider und Grabsteinhauer. Die Stadt hat zwei Kirchen, eine Synagoge und etwa 40 kleine Bethäuser. Die Juden beten dreimal täglich. Sie müssten sechsmal den Weg zur Synagoge und nach Hause oder in den Laden zurücklegen, wenn sie nicht so viele Bethäuser hätten, in denen man übrigens nicht nur betet, sondern auch jüdische Wissenschaft lernt. Es gibt jüdische Gelehrte, die von 5 Uhr früh bis 12 Uhr nachts im Bethaus studieren, wie europäische Gelehrte etwa in einer Bibliothek. Nur am Sabbat und an Feiertagen kommen sie zu den Mahlzeiten heim. Sie leben, wenn sie nicht Vermögen oder Gönner haben, von kleinen Gaben der Gemeinde und gelegentlichen frommen Arbeiten, wie zum Beispiel Vorbeten oder Unterricht oder Schofarblasen an hohen Feiertagen. Ihre Familie, das Haus, die Kinder versorgen die Frauen, die einen kleinen Handel mit Kukerutz im Sommer, mit Nafter im Winter, mit Essiggurken und Bohnen und Backwerken betreiben. Die Händler und die anderen im Leben stehenden Juden beten sehr schnell und haben noch hier und da Zeit, Neuigkeiten zu besprechen und die Politik der großen Welt und die Politik der Kleinen. Sie rauchen Zigaretten und schlechten Pfeifentabak im Bethaus. Sie benehmen sich wie in einem Casino. Sie sind bei Gott nicht seltene Gäste, sondern zu Hause. Sie statten ihm nicht einen Staatsbesuch ab, sondern versammeln sich täglich dreimal an seinen reichen, armen, heiligen Tischen. Im Gebet empören sie sich gegen ihn, schreien zum Himmel, klagen über seine Stränge und führen bei Gott Prozess gegen Gott, um dann einzugestehen, dass sie gesündigt haben, dass alle Strafen gerecht waren und dass sie besser sein wollen. Es gibt kein Volk, das dieses Verhältnis zu Gott hätte. Es ist ein altes Volk und es kennt ihn schon lange. Es hat seine große Güte erlebt und seine kalte Gerechtigkeit. Es hat oft gesündigt und bitter gebüßt und es weiß, dass es gestraft werden kann, aber niemals verlassen. Dem Fremden erscheinen alle Betthäuser gleich, aber sie sind es nicht und in vielen ist der Gottesdienst verschieden. Die jüdische Religion kennt keine Sekten, wohl aber verschiedene sektenartige Gruppen. Es gibt eine unerbittlich strenge und eine gemilderte Orthodoxie. Es gibt eine Anzahl aschkenasischer und sephardischer Gebete und Textverschiedenheiten in denselben Gebeten. Sehr deutlich ist die Trennung zwischen sogenannten aufgeklärten Juden und den Kabbala-Gläubigen, den Anhängern der einzelnen Wunder-Rabbis, von denen jeder seine bestimmte Hasidim-Gruppe hat. Die aufgeklärten Juden sind nicht etwa ungläubige Juden. Sie verwerfen nur jeden Mystizismus und ihr fester Glaube an die Wunder, die in der Bibel erzählt werden, kann nicht erschüttert werden durch die Ungläubigkeit, mit der sie den Wundern des gegenwärtigen Rabbis gegenüberstehen. Für die Hasidim ist der Wunder-Rabbi der Mittler zwischen Mensch und Gott. Die aufgeklärten Juden bedürfen keines Mittlers. Ja, sie betrachten es als Sünde, an eine irdische Macht zu glauben, die imstande wäre, Gottes Ratschlüsse vorzugreifen. Und sie sind selbst ihre eigenen Fürsprecher. Dennoch können sich viele Juden, auch wenn sie keine Hasidim sind, der wunderbaren Atmosphäre, die um einen Rabbi weht, nicht entziehen. Und ungläubige Juden und selbst christliche Bauern begeben sich in schwierigen Lagen zum Rabbi, um Trost und Hilfe zu finden. Dem Fremden und dem Feind stellen alle Ostjuden eine geschlossene Front entgegen oder eine scheinbar geschlossene Front. Nichts dringt in die Außenwelt von dem Eifer, mit dem einzelne Gruppen einander bekämpfen. Von dem Hass und der Bitterkeit, welche die Anhänger des einen Wunder-Rabbis gegen die des anderen aufbringt, und von der Verachtung, die alle frommen Juden gegen jene Söhne ihres Volkes hegen, die sich äußerlich an die Sitten und die Tracht ihrer christlichen Umgebung angepasst haben. Die meisten frommen Juden verurteilen einen Mann aufs Schärfste, der sich den Bart rasieren lässt, wie überhaupt das rasierte Gesicht das deutliche Merkmal für den Abfall vom Glauben darstellt. Der rasierte Jude trägt nicht mehr das Kennzeichen seines Volkes. Er versucht, auch wenn er es nicht will, so auszusehen wie einer der glücklichen Christen, die man nicht verfolgt und nicht verspottet. Auch er entgeht dem Antisemitismus nicht. Aber es ist eben die Pflicht der Juden, nicht von den Menschen, sondern von Gott eine Milderung ihres Schicksales zu erwarten. Jede noch so äußerliche Assimilation ist eine Flucht oder der Versuch einer Flucht aus der traurigen Gemeinschaft der Verfolgten. Es ist ein Versuch, Gegensätze auszugleichen, die trotzdem vorhanden sind. Man hat keine Grenze mehr, um sich vor Vermischung zu schützen. Deshalb trägt jeder Jude Grenzen um sich. Es wäre schade, sie aufzugeben. Denn so groß die Not ist, die Zukunft bringt die herrlichste Erlösung. Die scheinbare Feigheit des Juden, der auf den Steinwurf der spielenden Knaben nicht reagiert und den schmähenden Zuruf nicht hören will, ist in Wahrheit der Stolz eines, der weiß, dass er einmal siegen wird und dass ihm nichts geschehen kann, wenn Gott es nicht will. Und dass seine Abwehr nicht so wunderbar schützt, wie Gottes Wille es tut. Hat er sich nicht schon freudig verbrennen lassen? Was tut ihm ein Kieselstein und was der Speichel eines wütigen Hundes? Die Verachtung, die ein Ostjude gegen den Ungläubigen empfindet, ist tausendmal größer als jene, die ihn selbst treffen könnte. Was ist der reiche Herr, was der Polizeioberst? Was ein General, was ein Stadthalte gegen ein Wort Gottes, gegen eines jener Worte, die der Jude immer im Herzen hat? Während er den Herrn grüßt, verlachte ihn. Was weiß dieser Herr von dem wahrsten Sinn des Lebens? Selbst wenn er weise wäre, seine Weisheit schwemme an der Oberfläche der Dinge. Er mag die Gesetze des Landes kennen, Eisenbahnen bauen und merkwürdige Gegenstände erfinden, Bücher schreiben und mit Königen auf die Jagd gehen. Was ist das alles gegen ein kleines Zeichen in der Heiligen Schrift und gegen die dümmste Frage des jüngsten Talmud-Schülers? Dem Juden, der so denkt, ist jedes Gesetz, das ihm persönliche und nationale Freiheit verbirgt, höchst gleichgültig. Von den Menschen kann ihm nichts wirklich Gutes kommen. Ja, es ist fast eine Sünde, bei den Menschen um etwas zu kämpfen. Dieser Jude ist kein nationaler Jude im westeuropäischen Sinne. Er ist Gottesjude. Um Palästina kämpft er nicht. Er hasst den Zionisten, der mit den lächerlichen europäischen Mitteln ein Judentum aufrichten will, das keines mehr wäre, weil es nicht der Messias erwartet hat und nicht Gottes Sinnesänderung, die er bestimmt noch kommen wird. Es liegt in diesem großen Wahn so viel Opfermut, wie in der Tapferkeit der jungen Haluzim, die Palästina aufbauen. Mag diese auch zu einem Ziele führen und jene zur Vernichtung. Zwischen dieser Orthodoxie und einem Zionismus, der am Sabbat Wege baut, kann es keine Versöhnung geben. Einem ostjüdischen Chasid und Orthodoxen ist ein Christ näher als ein Zionist, denn dieser will das Judentum von Grund aus verändern. Er will eine jüdische Nation, die ungefähr so aussehen soll, wie die europäischen Nationen. Man wird dann vielleicht ein eigenes Land haben, aber keine Juden. Diese Juden merken nicht, dass der Fortschritt der Welt die jüdische Religion vernichtet und dass immer weniger Gläubige ausharren und dass die Zahl der Frommen zusammenschmilzt. Sie sehen die jüdische Entwicklung nicht in Zusammenhang mit der Entwicklung der Welt. Sie denken erhaben und falsch. Viele Orthodoxe haben sich überzeugen lassen. Sie sehen nicht mehr im rasierten Bad das Abzeichen des Abtrünnigen. Ihre Kinder und Enkel gehen als Arbeiter nach Palästina. Ihre Kinder werden jüdisch-nationale Abgeordnete. Sie haben sich abgefunden und versöhnt und sie haben trotzdem nicht aufgehört, an das Wunder des Messias zu glauben. Sie haben Kompromisse geschlossen. Unversöhnlich und erbittert bleibt noch eine große Masse der Chasidim, die innerhalb des Judentums eine sehr merkwürdige Stellung einnehmen. Sie sind für den Westeuropäer ebenso ferne und rätselhaft wie etwa die Bewohner des Himalaya, die jetzt in Mode gekommen sind. Ja, sie sind schwerer zu erforschen. Denn sie haben vernünftiger als die wehrlosen Objekte europäischen Forschungseifers bereits die zivilisatorische Oberflächlichkeit Europas kennengelernt. Und man kann ihnen weder mit einem Kinoapparat noch mit einem Fernglas noch mit einem Aeroplan imponieren. Aber selbst wenn ihre Naivität und ihre Gastfreundschaft so groß wären wie die der anderen fremden Völker, die von unserem Wissenstrang missbraucht werden, selbst dann fände sich schwerlich ein europäischer Gelehrter, der eine Forschungsreise zu den Chasidim unternehmen würde. Man betrachtet die Juden, weil sie überall in unserer Mitte leben, als bereits erforscht. Am Hof eines Wunderrabbis ereignet sich aber ebenso viel Interessantes wie bei den indischen Fakiren. Viele Wunderrabbis leben im Osten und jeder gilt bei seinen Anhängern als der Größte. Die Würde des Wunderrabbis vererbt sich seit Generationen vom Vater auf den Sohn. Jeder hält einen eigenen Hof, jeder hat seine Leibgarde, Chasidim, die in seinem Haus aus- und eingehen, die mit ihm beten, mit ihm fasten, mit ihm essen. Er kann segnen und sein Segen geht in Erfüllung. Er kann fluchen und sein Fluch erfüllt sich und trifft ein ganzes Geschlecht. Wehe ein Spötter, der ihn leugnet. Wohl dem Gläubigen, der ihm Geschenke bringt. Der Rabbi verwendet sie nicht für sich. Er lebt bescheidener als der letzte Bettler. Seine Nahrung dient nur dazu, sein Leben knapp zu erhalten. Er lebt nur, weil er Gott dienen will. Er nähert sich von kleinen Bissen der Speisen und von kleinen Tropfen der Getränke. Wenn er im Kreis der Seinen am Tische sitzt, nimmt er von seinem reichlich gefüllten Teller nur einen Bissen und einen Schluck und lässt den Teller rings um den Tisch wandern. Jeder Gast wird von des Rabbis Speise satt. Er selbst hat keine leiblichen Bedürfnisse. Der Genuss eines Weibes ist ihm eine heilige Pflicht und nur deshalb ein Genuss, weil er eine Pflicht ist. Er muss Kinder zeugen, damit das Volk Israel sich vermehre wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Immer sind Frauen aus seiner nächsten Umgebung verbannt. Auch das Ästen ist weniger Nahrung als ein Dank an den Schöpfer für das Wunder der Speisen und eine Erfüllung des Gebotes, sich von Früchten und Tieren zu nähren. Denn alles hat er für den Menschen geschaffen. Tag und Nacht liest der Rabbi in heiligen Büchern. Er kann viele schon auswendig, so oft hat er sie gelesen. Aber jedes Wort, ja jeder Buchstabe hat Millionen Seiten und jede Seite kündet von der Größe Gottes, an der man niemals genug lernen kann. Tag für Tag kommen die Menschen, denen ein teurer Freund erkrankt ist. Eine Mutter stirbt, denen Gefängnis droht, die von der Behörde verfolgt werden, denen der Sohn assentiert wird, damit er für Fremde exerziere und für Fremde in einem törichten Kriege falle. Oder solche, deren Frauen unfruchtbar sind und die einen Sohn haben wollen. Oder Menschen, die vor einer großen Entscheidung stehen und nicht wissen, was sie zu tun haben. Der Rabbi hilft und vermittelt nicht nur zwischen Menschen und Gott, sondern, was noch schwieriger ist, zwischen Mensch und Mensch. Aus weiten Gegenden kommen sie zu ihm. Er hört in einem Jahr die merkwürdigsten Schicksale und kein Fall ist so verwickelt, dass er nicht einen noch komplizierteren schon gehört hätte. Der Rabbi hat ebenso viel Weisheit wie Erfahrung und ebenso viel praktische Klugheit wie Glauben an sich selbst und sein Außerweltsein. Er hilft mit einem Rat ebenso wie mit einem Gebet. Er hat gelernt, die Sprüche der Schriften und die Gebote Gottes so auszulegen, dass sie den Gesetzen des Lebens nicht widersprechen und dass nirgends eine Lücke bleibt, durch die der Leugner schlüpfen könnte. Seit dem ersten Tag der Schöpfung hat sich vieles geändert. Nicht aber Gottes Wille, der sich in den Grundgesetzen der Welt ausdrückt. Man bedarf keiner Kompromisse, um das zu beweisen. Alles ist nur Sache des Begreifens. Wer so viel erlebt hat wie ein Rabbi kommt bereits über den Zweifel hinaus. Das Stadium des Wissens hat er schon hinter sich. Der Kreis ist geschlossen. Der Mensch ist wieder gläubig. Die hochmütige Wissenschaft des Chirurgen bringt dem Patienten den Tod und die schale Weisheit des Physikers dem Jünger den Irrtum. Man glaubt nicht mehr dem Wissenden. Man glaubt dem Glaubenden. Viele glauben ihm. Er selbst, der Rabbi, macht keinen Unterschied zwischen den treuesten Erfüllern der geschriebenen Gebote und den weniger Treuen. Ja, nicht einmal zwischen Jude und Nicht-Jude, nicht zwischen Mensch und Tier. Wer zu ihm kommt, ist seiner Hilfe gewiss. Er weiß mehr, als er sagen darf. Er weiß, dass über diese Welt noch eine andere ist, mit anderen Gesetzen und vielleicht ahnt er sogar, dass Verbote und Gebote in dieser Welt von Sinn in einer anderen ohne Bedeutung sind. Es kommt ihm auf die Befolgung des Ungeschriebenen, aber desto gültigeren Gesetzes an. Sie belagern sein Haus. Es ist gewöhnlich größer, heller, breiter als die kleinen Judenhäuser. Manche Wunderabbis können einen wirklichen Hof halten. Ihre Frauen tragen kostbare Kleider und befehlen Dienerinnen, besitzen Pferde und Ställe, nicht um es zu genießen, sondern um zu repräsentieren. Es war ein Tag im Spätherbst, an dem ich mich aufmachte, den Rabbi zu besuchen. Der Tag eines östlichen Spätherbstes, der noch warm ist, von einer großen Demut und einer goldenen Entzagung. Ich stand um fünf Uhr früh auf, die Nebel hoben sich feucht und kalt und über die Rücken der wartenden Pferde strichen sichtbare Schauer. Fünf jüdische Frauen saßen mit mir im Bauernwagen. Sie trugen schwarze wollene Tücher, sahen älter aus, als sie waren, der Kummer hatte ihre Leiber und ihre Gesichter gezeichnet. Sie waren Händlerinnen, sie brachten Geflügel in die Häuser der Wohlhabenden und lebten von geringen Verdiensten. Alle führten ihre kleinen Kinder mit. Wo hätte man die Kinder lassen können, an einem Tag, an dem die ganze Nachbarschaft zum Rabbi fuhr? Wir kamen, als die Sonne aufging, in die kleine Stadt des Rabbi und sahen, dass schon viele Menschen vor uns gekommen waren. Diese Menschen waren schon einige Tage da, sie schliefen in den Hausfluren, in Scheunen, in Heuschobern und die bodenständigen Juden machten gute Geschäfte und vermieteten Schlafstellen für gutes Geld. Das große Wirtshaus war überfüllt, die Straße war holprig, verfaulte Zaunlatten ersetzten ein Pflaster und auf den Zaunlatten hockten die Menschen. Ich trug einen kurzen Pelz und hohe Reitstiefel und sah aus wie einer der gefürchteten Beamten des Landes, auf deren Winkmann eingesperrt werden kann. Deshalb ließen mich die Leute vorgehen. Sie machten mir Platz und wunderten sich über meine Höflichkeit. Vor dem Hause des Rabbi stand ein rothaariger Jude, der Zeremonienmeister, den alle mit Bitten, Flüchen, Geldscheinen und Stößen bedrängten, ein Mann von Macht, der keine Gnade kannte und mit einer Art gemessener Rohheit die Flehenden ebenso zurückstieß wie die Scheltenden. Ja, es kam vor, dass er von manchem Geld nahm und sie dennoch nicht einließ, dass er vergaß, von wem er Geld bekommen hatte, oder so tat, als hätte er es vergessen. Sein Angesicht war von wachsbleicher Farbe und von einem schwarzen, runden Samthut beschattet. Der kupferrote Bart sprang in dichten Haarknäulen vom Kinn aus den Menschen entgegen, war an den Wangen hier und dort ausgegangen wie altes Futter und wuchs ganz nach seinem Belieben und ohne eine gewisse Ordnung zu beachten, welche die Natur auch für Bate bestimmt hat. Der Jude hatte kleine gelbe Augen unter sehr spärlichen, kaum sichtbaren Brauen, breite, harte Kinnbacken, die slawische Mischung verrieten und blasse, bläuliche Lippen. Wenn er schrie, sah man sein starkes, gelbes Gebiss und wenn er jemanden zurück stieß, seine starke Hand, an die er rote Borsten starrten. Diesem Mann gab ich einen Wink, den er verstehen musste. Es bedeutete, hier ist etwas Außerordentliches und wir können nur unter vier Augen miteinander reden. Er verschwand. Er schlug die Tür zu, sperrte sie ab und kam, die Menschenmenge zerteilend auf mich zu. Ich bin von weit her gekommen. Ich bin nicht von hier und möchte den Rabbi sprechen, aber ich kann ihnen nicht viel Geld geben. Haben sie einen Kranken oder wollen sie ein Gebet für seine Gesundheit oder geht es ihnen schlecht? Dann schreiben sie auf einen Zettel alles, was sie wollen und der Rabbi wird es lesen und für sie beten. Nein, ich will ihn sehen. Dann kommen sie vielleicht nach den Feiertagen? Das kann ich nicht, ich muss ihn heute sehen. Da kann ich ihnen nicht helfen oder sie gehen durch die Küche. Wo ist die Küche? Auf der anderen Seite auf der anderen Seite wartete ein Herr, der offenbar viel gezahlt hatte. Es war ein Herr in jeder Beziehung ein Herr. Man merkte es an seiner Fülle, an seinem Pelz und an seinem Blick, der weder ein Ziel suchte noch eines gefunden hatte. Er wusste genau, dass die Küchentür aufgehen werde, in fünf, spätestens in zehn Minuten. Aber als sie wirklich aufging, wurde der reiche Herr ein wenig blass. Wir gingen durch einen dunklen Korridor, dessen Boden holprig war, und der Herr entzündete Streichhölzer und schritt trotzdem unsicher. Er verweilte lange beim Rabbi und kam in bester Laune wieder heraus. Später hörte ich, dass dieser Herr die praktische Gewohnheit hatte, zum Rabbi jedes Jahr einmal durch die Küche zu kommen, dass er ein reicher Nafterhändler war und Gruben besaß und so viel Geld unter Armen verstreute, dass er viele Pflichten umgehen durfte, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Der Rabbi saß in einem schmucklosen Zimmer an einem kleinen Tisch vor dem Fenster, das auf einen Hof hinausging und stützte die Linke auf den Tisch. Er hatte schwarzes Haar, einen kurzen schwarzen Bart und graue Augen. Seine Nase sprang kräftig, wie mit einem plötzlichen Entschluß aus dem Gesicht und wurde am Ende etwas flach und breit. Die Hände des Rabbi waren dünn und knöchern und die Nägel weiß und spitz. Er fragte mit starker Stimme nach meinen Wünschen und sah mich nur einen Augenblick flüchtig an, um dann in den Hof hinaus zu sehen. Ich sagte, ich hätte ihn sehen wollen und von seiner Klugheit viel gehört. Gott ist klug, sagte er und sah mich wieder an. Er winkte mich an den Tisch, gab mir die Hand und sagte mit dem herzlichen Ton eines alten Freundes Alles Gute. Ich ging denselben Weg zurück. In der Küche aß der rothaarige hastig eine Bohnensuppe mit einem Holzlöffel. Ich gab ihm einen Geldschein. Er nahm ihn mit der Linken und führte dabei mit der Rechten den Löffel zum Munde. Draußen kam er mir nach. Er wollte Neuigkeiten hören und wissen, ob man in Japan noch einmal zum Kriege rüste. Wir sprachen von den Kriegen und von Europa. Er sagte, Ich habe gehört, dass die Japaner keine Gojim sind wie die Europäer. Warum führen sie dann Krieg? Ich glaube, dass jeder Japaner verlegen geworden wäre und keine Antwort gefunden hätte. Ich sah, dass in dieser kleinen Stadt lauter rothaarige Juden wohnten. Einige Wochen später feierten sie das Fest der Thora und ich sah, wie sie tanzten. Das war nicht der Tanz eines degenerierten Geschlechtes. Es war nicht nur die Kraft eines fanatischen Glaubens. Es war gewiss eine Gesundheit, die den Anlass zu ihrem Ausbruch im Religiösen fand. Die Chrasidien fassten sich bei den Händen, tanzten in der Runde, lösten den Ring und klatschten in die Hände, warfen die Köpfe im Takt nach links und rechts, ergriffen die Tore rollen und schwenkten sie im Kreise wie Mädchen und drückten sie an die Brust, küßten sie und weinten vor Freude. Es Es war im Tanz eine erotische Lust Es rührte mich tief, dass ein ganzes Volk seine Sinnesfreude seinem Gott opferte und das Buch der strengsten Gesetze zu seiner Geliebten machte und nicht mehr trennen konnte zwischen körperlichem Verlangen und geistigem Genuss, sondern beides vereinte. Es war Brunst und Inbrunst der Tanz eines Gottesdienst und das Gebet ein sinnlicher Exzess. Die Menschen tranken Met aus großen Kannen. Woher stammt die Lüge, dass Juden nicht trinken können? Es ist halb eine Bewunderung, aber halb ein Vorwurf, ein Misstrauen gegen eine Rasse, der man die Städte der Besinnung vorwirft. Ich aber sah, wie Juden die Besinnung verloren, allerdings nicht nach drei Krügen Bier, sondern nach fünf Kannen schweren Mez und nicht aus Anlass einer Siegesfeier, sondern aus Freude darüber, dass Gott ihnen Gesetz und Wissen gegeben hatte. Ich hatte schon gesehen, wie sie die Besinnung verloren, weil sie beteten. Das war am Jom Kippur, in Westeuropa heißt er Versöhnungstag. Die ganze Kompromissbereitschaft des westlichen Juden liegt in diesem Namen. Der Jom Kippur aber ist kein Versöhnungs-, sondern ein Sühnetag. Ein schwerer Tag, dessen 24 Stunden eine Buße von 24 Jahren enthalten. Er beginnt am Vorabend um 4 Uhr nach Mittags. In einer Stadt, deren Einwohner in der überwiegenden Mehrzahl Juden sind, fühlt man das größte aller jüdischen Feste wie ein schweres Gewitter in der Luft, wenn man sich auf hoher See auf einem schwachen Schiff befindet. Die Gassen sind plötzlich dunkel, weil aus allen Fenstern der Kerzenglanz bricht, die Läden eilig und in furchtsamer Hast geschlossen werden und gleich so unbeschreiblich dicht, dass man glaubt, sie würden am jüngsten Tag wieder geöffnet. Es ist ein allgemeiner Abschied von allem Weltlichen. Vom Geschäft, von der Freude, von der Natur und vom Essen, von der Straße und von der Familie, von den Freunden, von den Bekannten. Menschen, die vor zwei Stunden noch im alltäglichen Gewand mit gewöhnlichen Gesichtern herumgingen, eilen verwandelt durch die Gassen, dem Bethaus entgegen, in schwerer schwarzer Seide und im furchtbaren Weiß ihrer Sterbekleider, in weißen Socken und lockeren Pantoffeln, die Köpfe gesenkt, den Gebetmantel unter dem Arm und die große Stille, die in einer sonst fast orientalisch lauten Stadt hundertfach stark wird, lastet selbst auf den lebhaften Kindern, deren Geschrei in der Musik des Alltagslebens der stärkste Akzent ist. Alle Väter segnen jetzt ihre Kinder Alle Frauen weinen jetzt vor den silbernen Leuchtern Alle Freunde umarmen einander Alle Feinde bitten einander um Vergebung Der Chor der Engel bläst zum Gerichtstag Bald schlägt Jehova das große Buch auf, in dem Sünden, Strafen und Schicksal dieses Jahres verzeichnet sind Für alle Toten brennen jetzt Lichter Für alle Lebenden brennen andere Die Toten sind von dieser Welt die Lebenden vom Jenseits nur einen Schritt entfernt Das große Beten beginnt Das große Fasten hat schon vor einer Stunde begonnen Hunderte Tausende Zehntausende Kerzen brennen neben und hintereinander beugen sich zueinander verschmelzen zu großen Flammen Aus tausend Fenstern bricht das schreiende Gebet unterbrochen von stillen weichen jenseitigen Melodien dem Gesang der Himmel abgelauscht Kopf an Kopf stehen in allen Gebethäusern die Menschen Manche werfen sich zu Boden bleiben lange unten erheben sich setzen sich auf Steinfließen und Fußschemel hocken und springen plötzlich auf wackeln mit den Oberkörpern rennen auf kleinem Raum unaufhörlich hin und zurück wie ekstatische Wachtposten des Gebetes ganze Häuser sind erfüllt von weißen Sterbehemden von Lebenden die nicht hier sind von Toten die lebendig werden kein Tropfen netzt die trockenen Lippen und erfrischt die Kehlen die so viel des Jammers hinaus schreien nicht in die Welt in die Überwelt Sie werden heute nicht essen und morgen auch nicht Es ist furchtbar zu wissen dass in dieser Stadt heute und morgen niemand essen und trinken wird Alle sind plötzlich Geister geworden mit der Eigenschaft von Geistern Jeder kleine Krämer ist ein Übermensch denn heute will er Gott erreichen Er streckt die Hände aus um ihn am Zipfel seiner Gewänder zu erfassen Alle ohne Unterschied Die Reichen sind arm wie die Armen denn keiner hat etwas zum Essen Alle sind sündig und alle beten Es kommt ein Taumel über sie Sie schwanken sie rasten sie flüstern sie tun sich weh sie singen rufen weinen schwere Tränen rinnen über ihre alten Berte und der Hunger ist verschwunden vor dem Schmerz der Seele und der Ewigkeit der Melodien die das entrückte Ohr vernimmt Eine sie sie zum toten geben ihm kosen namen bitten ihn um vergebung und gnade überhäufen sich mit vorwürfen fragen ratlos was sie jetzt tun würden versichern dass sie nicht mehr leben wollen und und alles in der Straßen mehr verdient verdient als sie größer ist und der Ruhm ihres Namens umso weiter verbreitet wird als es mehr Träger dieses Namens gibt Manchmal geht ein später Nachkomme dieser Familie in die Welt und wird ein berühmter Virtuose Es leben einige solche Musiker im Westen deren Namen zu kennen keinen Sinn hat Nicht weil es ihnen etwa peinlich sein könnte sondern weil es ungerecht wäre gegenüber den unbekannten Ahnen die es nicht nötig haben sich ihre Größe durch das Talent ihrer Enkel bestätigen zu lassen Zu einem künstlerischen Ruhm bringen es auch die Sänger die Vorbeter die man im Westen Kantoren nennt und deren Berufsname Hasen lautet Diesen Sängern geht es meist besser als den Musikern weil ihre Aufgabe eine religiöse ihre Kunst eine andächtige und weiervolle ist Ihre Tätigkeit stellt sie in die Nähe der Priester Manche deren Ruf bis nach Amerika dringt erhalten Einladungen in die reichen amerikanischen Judenviertel In Paris wo es einige reiche ostjüdische Gemeinden gibt lassen die Repräsentanten der Synagogen jedes Jahr zu den Feiertagen einen der berühmten Sänger und Vorbeter aus dem Osten kommen Die Juden sagten sagten Der oder jene Krassen hätte besser gesungen als Caruso Den seltsamsten Beruf hat der ostjüdische Badlen Ein Spaßmacher Ein Narr Ein Philosoph Ein Geschichtenerzähler In jeder kleinen Stadt lebt mindestens ein Badlen Er erheitert die Gäste bei Hochzeiten und Kindstaufen Er schläft im Bethaus Er sinnt Geschichten Hört zu wenn die Männer disputieren und zerbricht sich den Kopf über unnütze Dinge Man nimmt ihn nicht ernst Er aber ist der Ernsteste aller Menschen Er hätte ebenso mit Federn und mit Korallen handeln können wie jener Wohlhabende der ihn zur Hochzeit lädt damit er sich über sich selbst lustig mache aber er handelt nicht Es fällt ihm schwer ein Gewerbe zu betreiben zu heiraten Kinder zu zeugen und ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu sein Manchmal wandert er von Dorf zu Dorf von Stadt zu Stadt Er verhungert nicht er ist immer am Rande des Hungers Er stirbt nicht er entbehrt nur aber er will entbehren Seine Geschichten würden wahrscheinlich in Europa Aufsehen erregen wenn sie gedruckt würden Viele behandeln Themen die man aus der jüdischen und aus der russischen Literatur kennt Der berühmte Scholem Alchem war der Typus eines Badlen nur bewusster ehrgeiziger und von seiner Kulturaufgabe überzeugt Die epischen Begabungen sind überhaupt häufig im Osten In jeder Familie gibt es einen Onkel der Geschichten zu erzählen weiß Es sind meist stille Dichter die ihre Geschichten vorbereiten oder während sie erzählen erfinden und verändern Die Winternächte sind kalt und lang und die Geschichtenerzähler die gewöhnlich nicht genug Holz zum Heizen haben erzählen gerne für ein Glas Tee und ein bisschen Ofenwärme Sie werden anders besser behandelt als die Spaßmacher von Beruf denn jene versuchen wenigstens einen praktischen Beruf auszuüben und sind schlau genug vor dem durchaus praktisch gesinnten Durchschnittsjuden den schönen Wahn zu verbergen den die Narren weithin verkünden Diese sind Revolutionäre Die Geschichten erzählen aus Liebhaberei aber haben Kompromisse mit der bürgerlichen Welt geschlossen und sind Dilettanten geblieben Der Durchschnittsjude schätzt Kunst und Philosophie sofern sie nicht religiös sind nur als Unterhaltung Aber er ist ehrlich genug es zuzugeben und er hat nicht den Ehrgeiz von Musik und Kunst zu sprechen Das jüdische Theater ist seit einigen Jahren im Westen so bekannt geworden dass an dieser Stelle eine Würdigung überflüssig wäre Es ist fast mehr eine Institution des westlichen Ghettos als der östlichen Der fromme Jude besucht es nicht weil er glaubt es verstoße gegen die religiösen Vorschriften Die Besucher des Theaters im Osten sind aufgeklärte Juden die meist heute schon national fühlen Sie sind Europäer wenn auch noch weit entfernt vom Typus des westeuropäischen Theaterbesuchers der den Abend tot schlägt Man kennt im Westen den Typus des ostjüdischen Landmenschen überhaupt nicht Er kommt nie nach dem Westen Er ist mit seiner Scholle so verwachsen wie der Bauer Er ist selber ein halber Bauer Er ist Pächter oder Müller oder Schankwirt im Dorf Er hat nie etwas gelernt Er kann oft kaum lesen und schreiben Er kann gerade noch kleine Geschäfte machen Er ist gerade noch klüger als der Bauer Er ist stark und groß und von unwahrscheinlichen Gesundheit Er besitzt körperlichen Mut liebt eine Schlägerei und scheut keine Gefahr Viele nützen ihre Überlegenheit gegenüber den Bauern aus und gaben im alten Russland Anlass zu örtlichen Pogromen in Galicien zu antisemitischen Hetzen aber viele sind von einer bäuerlichen Naturfrömmigkeit und einer großen Redlichkeit des Herzens Viele haben den gesunden Menschenverstand den man in allen Ländern findet und der sich dort entwickelt wo eine vernünftige Rasse unmittelbar den Gesetzen der Natur ergeben ist Es fällt seiner eigenen Klasse feindlich gegenüber steht Und wenn nicht feindlich so doch gleichgültig Keiner der vielen ungerechten und sinnlosen Vorwürfe die man im Westen gegen die Ostjuden erhebt ist so ungerecht so sinnlos wie der dass sie Zerstörer der Ordnung sind also das was der Spießer Bolschewik nennt Der arme Jude ist der konservativste Mensch unter allen Armen der Welt Er ist geradezu eine Garantie für die Erhaltung der alten Gesellschaftsordnung Die Juden in ihrer großen geschlossenen Mehrheit sind eine bürgerliche Klasse mit eigenen nationalen religiösen und Rassenmerkmalen Der Antisemitismus im Osten wie übrigens auch im Westen ist oft revolutionärer nach dem bekannten Wort wirklich ein Sozialismus der Trottel aber immerhin ein Sozialismus Der slawische arme Teufel der kleine Bauer der Arbeiter der Handwerker sie leben in der Überzeugung dass der Jude Geld hat Er hat ebenso wenig Geld wie seine antisemitischen Feinde Aber er lebt bürgerlich Er hungert und darbt mehr geregelt als der christliche Proletarier Man kann sagen Er nimmt täglich zu bestimmten Stunden seine Mahlzeit nicht ein Nur einmal in der Woche Am Freitagabend ist er wieder wohlhabende Glaubensgenosse Seine Kinder schickt er in die Schule Er kleidet sie besser Er kann sparen Und er besitzt weil er einer alten Rasse angehört immer etwas Einen Schmuck den er von den Urvätern ererbt hat Betten Möbel Immer findet er noch eine wertvolle Kleinigkeit in seinem Hause Er ist klug genug nichts zu verkaufen Er betrinkt sich nicht und hat nicht den traurigen aber gesunden Leichtsinn des christlichen Proleten Er kann seiner Tochter fast immer eine kleine Mitgift immer eine Aussteuer geben Er kann sogar seinen Schwiegersohn erhalten Mag der Jude ein Handwerker oder ein kleiner Händler sein ein armer Gelehrter oder ein Tempeldiener ein Bettler oder ein Wasserträger Er will kein Proletarier sein Er will sich von der armen Bevölkerung des Landes unterscheiden Er spielt einen Wohlsituierten Er wird wenn er Bettler ist es vorziehen in den Häusern der Reichen zu betteln nicht auf der Straße Er bettelt auch in den Straßen aber seine Haupteinnahme bezieht er bei einer Art Stamm Kundschaft die er sehr pünktlich aufsucht Er wird beim reichen Bauern nicht betteln aber beim weniger bemittelten Juden Er hat immer einen bürgerlichen Stolz Das bourgeoisie Talent der Juden wohltätig zu sein hat seinen Grund im Konservatismus des Judentums und es verhindert eine Revolutionierung der proletarischen Masse Religion und Sitte verbietet jede Grausamkeit verbietet Aufruhr Empörung und sogar offenen Neid Der arme gläubige Jude hat sich mit seinem Schicksal abgefunden wie der arme Gläubige jeder Religion Gott macht den einen Reich den anderen Arm Empörung gegen die Reichen wäre Empörung gegen Gott Bewusste Proletarier sind nur die jüdischen Arbeiter Da gibt es einen Sozialismus verschiedener Schattierungen Der ostjüdische Sozialist und Proletarier ist naturgemäß weniger Jude als sein bürgerlicher oder halb proletarischer Stammesgenosse Auch dann weniger Jude wenn er sich zum nationalen Judentum bekennt und zum Zionismus Der nationalste jüdische Sozialist ist der Poale Sozialist der ein sozialistisches mindestens ein Arbeiter Palästina ersehnt Zwischen jüdischen Sozialisten und Kommunisten sind die Grenzen weniger scharf Und von einer Feindschaft unter Proletariern wie bei uns kann keine Rede sein Viele jüdische Arbeiter gehören den sozialistischen und kommunistischen Parteien ihrer Länder an sind also polnische russische rumänische Sozialisten Bei fast allen steht die nationale Frage hinter der sozialen Die Arbeiter aller Nationen denken so Nationale Freiheit ist der Luxusbegriff eines Geschlechts das keine anderen Sorgen hat Wenn von allen Nationen eine berechtigt ist in der nationalen Frage einen lebenswichtigen Inhalt zu erkennen so sind es die Juden die der Nationalismus der anderen zwingt eine Nation zu werden Dennoch empfinden sogar die Arbeiter dieser Nation die größere Wichtigkeit des sozialen Problems Sie sind stärker in ihrem proletarischen Empfinden ehrlicher und konsequenter Sie sind also radikaler was ja in Westeuropa durch den modernen Jargon der Parteiführer bereits eine schimpfliche Eigenschaft ist Es ist nur ein Irrtum der Antisemiten zu glauben die Juden wären radikale Revolutionäre Den bürgerlichen und halb proletarischen Juden ist ein jüdischer Revolutionär ein Gräuel Ich bin in der großen Verlegenheit Menschen gegen ihren Willen Proletarier nennen zu müssen Einigen kann ich die mildernde in Westeuropa erfundene unsinnige Bezeichnung geistige Proletarier konzedieren Es sind dies die Thora Schreiber die jüdische Lehrer die Gebet Mäntel Hersteller und die Wachs Lichter Erzeuger die Rituellen Schlechter und die kleinen Kultus Beamten Es sind sagen wir konfessionelle Proletarier Dann aber gibt es noch eine ganz andere Schar von Leidenden Getretenen Missachtenden die weder im Glauben noch in einem Klassenbewusstsein noch in einer revolutionären Gesinnung Trost finden Zu ihnen gehören zum Beispiel die Wasserträger in den kleinen Städten die von morgens früh bis spät am Abend die Fässer in den Häusern der Wohlhabenden mit Wasser füllen gegen einen kargen Wochenlohn Es sind rührende naive Menschen von einer fast unjüdischen körperlichen Kraft Ihnen sozial gleichgestellt sind die Möbelpacker die Kofferträger und eine ganz andere Reihe anderer die von Gelegenheitsarbeiten leben aber von Arbeiten Es ist ein gesundes Geschlecht tapfer und gutherzig Nirgends ist die Güte so nahe bei körperlicher Kraft nirgends Rohheit so fern von einer groben Tätigkeit wie beim jüdischen Gelegenheitsarbeiter Manche zum Judentum übergetretene slavische Bauern leben von solchen Gelegenheitsarbeitern Derlei Übertritte sind im Osten verhältnismäßig häufig obwohl das offizielle Judentum sich dagegen wehrt und die jüdische Religion unter allen Religionen der Welt die einzige ist die nicht bekehren will Ohne Zweifel ist in den Ostjuden viel mehr slavisches Blut als etwa in den deutschen Juden germanisches Wenn wenn die westeuropäischen Antisemiten und deutschen nationalen Juden also glauben die Ostjuden wären semitischer und also gefährlicher so ist das ebenso ein Irrtum wie der Glaube eines westjüdischen Bankiers der sich arischer fühlt weil in seiner Verwandtschaft schon Mischin vorgekommen sind Die westlichen Ghettos Wien 1 Die Ostjuden die nach Wien kommen siedeln sich in der Leopoldstadt an dem zweiten der 20 Bezirke sie sind dort in der Nähe des Praters und des Nordbahnhofs Im Prater können Hausierer leben von Ansichtskarten für die Fremden und vom Mitleid das den Frohsinn überall zu begleiten pflegt Am Nordbahnhof sind sie alle angekommen Durch seine Hallen weht noch das Aroma der Heimat und es ist das offene Tor zum Rückweg Die Leopoldstadt ist ein freiwilliges Ghetto Viele Brücken verbinden sie mit den anderen Bezirken der Stadt Über diese Brücken gehen tagsüber die Händler Hausierer Börsenmakler Geschäftemacher also alle unproduktiven Elemente des eingewanderten Ostjudentums Aber über dieselben Brücken gehen in den Morgenstunden auch die Nachkommen derselben unproduktiven Elemente Die Söhne und Töchter der Händler die in den Fabriken Büros Banken Redaktionen und Werkstätten arbeiten Die Söhne und Töchter der Ostjuden sind produktiv Mögen die Eltern schachern und hausieren Die Jungen sind die begabtesten Anwälte Mediziner Bankbeamten Journalisten Schauspieler Die Leopoldstadt ist ein armer Bezirk Es gibt kleine Wohnungen in denen sechsköpfige Familien wohnen Es gibt kleine Herbergen in denen 50 60 Leute auf dem Fußboden übernachten Im Prater schlafen die Obdachlosen In der Nähe der Bahnhöfe wohnen die Ärmsten aller Arbeiter Die Ostjuden leben nicht besser als die christlichen Bewohner dieses Stadtteils Sie haben viele Kinder Sie sind an Hygiene und Sauberkeit nicht gewöhnt und sie sind gehasst Niemand nimmt sich ihrer an Ihre Vetter und Glaubensgenossen die im ersten Bezirk in den Redaktionen sitzen sind schon Wiener und wollen nicht mit Ostjuden verwandt sein oder gar verwechselt werden Die christlich sozialen und deutschnationalen haben den Antisemitismus als wichtigen Programmpunkt Die Sozialdemokraten fürchten den Ruf einer jüdischen Partei Die jüdisch nationalen sind ziemlich machtlos Außerdem ist die jüdisch nationale Partei eine bürgerliche Die große Masse der Ostjuden aber ist Proletariat Die Ostjuden sind auf die Unterstützung durch die bürgerlichen Wohlfahrtsorganisationen angewiesen Man ist geneigt die jüdische Barmherzigkeit höher einzuschätzen als sie verdient Die jüdische Wohltätigkeit ist ebenso eine unvollkommene Einrichtung wie jede andere Die Wohltätigkeit befriedigt in erster Linie die Wohltäter In einem jüdischen Wohlfahrtsbüro wird der Ostjude von seinen Glaubensgenossen und sogar von seinen Landsleuten oft nicht besser behandelt als von Christen Es ist furchtbar schwer ein Ostjude zu sein Es gibt kein schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien 2 Wenn er den zweiten Bezirk betritt grüßen ihn vertraute Gesichter Grüßen ihn? Ach Er sieht sie nur Die schon vor zehn Jahren hierher gekommen sind lieben die Nachkommenden gar nicht Noch einer ist angekommen Noch einer will verdienen Noch einer will leben Das Schlimmste dass man ihn nicht umkommen lassen kann Er ist kein Fremder Er ist ein Jude und ein Landsmann Irgendjemand wird wird ihn aufnehmen Ein anderer wird ihm ein kleines Kapital vorstrecken oder Kredit verschaffen Ein Dritter wird ihm eine Tour abtreten oder zusammenstellen Der Neue wird ein Ratenhändler Der erste schwerste Weg führt ins Polizeibüro Hinter dem Schalter sitzt ein Mann der die Juden im Allgemeinen oder die Ostjuden im Besonderen nicht leiden mag Dieser Mann wird Dokumente verlangen unwahrscheinliche Dokumente Niemals verlangt man von christlichen Einwandern derlei Dokumente Außerdem sind christliche Dokumente in Ordnung Alle Christen haben verständliche europäische Namen Juden haben unverständliche und jüdische Nicht genug daran Sie haben zwei und drei durch ein falser oder ein rekte verbundene Familiennamen Man weiß niemals wie sie heißen Ihre Eltern sind nur vom Rabbiner getraut worden Diese Ehe hat keine gesetzliche Gültigkeit Hieß der Mann Weinstock und die Frau Abramowski so hießen die Kinder dieser Ehe Weinstock rekte Abramowski oder auch Abramowski falsche Weinstock Der Sohn wurde auf den jüdischen Vornamen Leib Nachmann getauft Weil dieser Name aber schwierig ist und einen aufreizenden Klang haben könnte nennt sich der Sohn Leo Er heißt also Leib Nachmann genannt Leo Abramowski falsche Weinstock Solche Namen bereiten der Polizei Schwierigkeiten Die Polizei liebt keine Schwierigkeiten Wären es nur die Namen Aber auch die Geburtsdaten stimmen nicht Gewöhnlich sind die Papiere verbrannt In kleinen galizischen litauischen und ukrainischen Orten hat es in den Standesämtern immer gebrannt Alle Papiere sind verloren Die Staatsbürgerschaft ist nicht geklärt Sie ist nach dem Krieg und der Ordnung von Versailles noch verwickelter geworden Wie kam jener über die Grenze Ohne Pass oder gar mit dem Falschen Dann heißt er also nicht so wie er heißt und obwohl er so viele Namen angibt die selbst gestehen dass sie falsch sind 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 sie auch wahrscheinlich noch objektiv falsch Der Mann auf den Papieren auf dem Meldezettel ist nicht identisch mit dem Mann der soeben angekommen ist Was kann man tun? Soll man ihn einsperren? Dann ist nicht der Richtige eingesperrt Soll man ihn ausweisen? Dann ist ein Falscher ausgewiesen Aber wenn man ihn zurückschickt damit er neue Dokumente anständige mit zweifellosen Namen bringe so ist jedenfalls nicht nur der Richtige zurückgeschickt sondern eventuell aus einem Unrichtigen ein Richtiger gemacht worden Man schickt ihn also zurück einmal zweimal dreimal bis der Jude gemerkt hat dass ihm nichts anderes übrig bleibt als falsche Daten anzugeben damit sie wie ehrliche aussehen Bei einem Namen zu bleiben der vielleicht nicht sein eigen aber doch ein zweifelloser glaubwürdiger Name ist Die Polizei hat den Ostjuden auf die gute Idee gebracht seine echten wahren aber verworrenen Verhältnisse durch erlogene aber ordentliche zu kaschieren und jeder wundert sich über die Fähigkeit der Juden falsche Angaben zu machen niemand wundert sich über die naiven Forderungen der Polizei 3 Man kann ein Hausierer oder ein Ratenhändler sein Ein Hausierer trägt Seife Hosenträger Gummiartikel Hosenknöpfe Bleistifte in einem Korb den er um den Rücken umgeschnallt hat Mit diesem kleinen Laden besucht man verschiedene Cafés und Gasthäuser aber es ist ratsam sich vorher zu überlegen ob man gut daran tut hier oder dort ein zu kehren Auch zu einem einigermaßen erfolgreichen Hausieren gehört eine jahrelange Erfahrung Man geht am sichersten zu Piovati um die Abendstunden wenn die vermögenden Leute koschere Würste mit Kren essen Schon der Inhaber ist es dem jüdischen Ruf seiner Firma schuldig einen armen Hausierer mit einer Suppe zu bewerten Das ist nun auf jeden Fall ein Verdienst Was die Gäste betrifft so sind sie wenn bereits gesättigt sehr wohltätiger Stimmung Bei niemandem hängt die Güte so innig mit der körperlichen Befriedigung zusammen wie beim jüdischen Kaufmann Wenn er gegessen hat und wenn er gut gegessen hat ist er sogar im Stande Hosenträger zu kaufen obwohl er sie selbst in seinem Laden führt Meist Meist er gar nichts kaufen und Almosen geben Man darf natürlich nicht etwa als der sechste Hausierer zur Piovati kommen Beim dritten hört die Güte auf Ich kannte einen Hausierer der alle drei Stunden in denselben Piovati Laden eintrat Die Generationen der Esser wechseln alle drei Stunden saß ein Gast von der alten Generation so miet der Hausierer dessen Tisch er wusste genau wo das Herz aufhört und wo die Nerven beginnen In einem ganz bestimmten Stadium der Trunkenheit sind auch die Christen gutherzig Man kann also am Sonntag in die kleinen schenken und in die Cafés der Vororte eintreten ohne Schlimmes zu befürchten Man wird ein wenig gehänselt und beschimpft werden aber so äußert sich eben die Gutmütigkeit Besonders witzige werden den Korb wegnehmen verstecken und den Hausierer ein wenig zur Verzweiflung bringen Er lasse sich nicht erschrecken Es sind lauter Äußerungen des goldenen Wiener Herzens Ein paar Ansichtskarten wird er schließlich verkaufen Alle seine Einnahmen reichen nicht aus ihn selbst zu ernähren Dennoch wird der Hausierer Frau Töchter und Söhne zu erhalten wissen Er wird seine Kinder in die Mittelschule schicken wenn sie begabt sind und Gott will dass sie begabt sind Der Sohn wird einmal ein berühmter Rechtsanwalt sein aber der Vater der so lange hausieren musste wird weiter hausieren wollen Manchmal fügt es sich dass die Urenkel des Hausierers christlich soziale Antisemiten sind Es hat sich schon oft so gefügt Welch ein Unterschied zwischen einem Hausierer und einem Ratenhändler Jener verkauft für bares Geld und dieser auf Ratenzahlung Jener braucht eine kleine Tour und dieser eine große Jener fährt nur mit der Vorortbahn und dieser auch mit der großen Eisenbahn Aus jenem wird niemals ein Kaufmann aus diesem vielleicht Der Ratenhändler ist nur in einer Zeit der festen Valuta möglich Die große Inflation hat allen Ratenhändlern die traurige Existenz genommen Sie sind Valutenhändler geworden Auch einem Valutenhändler ging es nicht gut Kaufte er rumänische Lei zu vielen sie an der Börse Verkaufte er sie fingen sie an zu steigen Wenn der Dollar in Berlin hoch stand die Mark in Wien ebenfalls so fuhr der Valutenhändler nach Berlin Mark einkaufen Er kam nach Wien zurück um für die hohen Mark Dollar einzukaufen Dann fuhr er mit den Dollars nach Berlin um noch mehr Mark einzukaufen Aber so schnell fährt keine Eisenbahn wie eine Mark fällt Ehe er nach Wien kam hatte er schon die Hälfte Der Valutenhändler hätte mit allen Börsen der Welt in telefonische Verbindung stehen müssen um wirklich zu verdienen Er aber stand nur mit einer schwarzen Börse seines Aufenthalt Ortes in Verbindung Man hat die Schändlichkeit aber auch die Informiertheit der schwarzen Börse gewaltig überschätzt Noch schwärzer als die schwarze Börse war die offizielle schneeweiße in Unschuld prangende und von der Polizei geschützte Die schwarze Börse war die schmutzige Konkurrenz einer schmutzigen Institution Die Valutenhändler waren die gescholtenen Konkurrenten der ehrhaft benannten Banken Nur die wenigsten kleinen Valutenhändler sind wirklich reich geworden Die meisten sind heute wieder was sie gewesen sind Arme Ratenhändler 5 Die Kunden der Ratenhändler sind Leute die kein Geld besitzen aber ein Einkommen Studenten kleine Beamte Arbeiter Jede Woche kommt der Ratenhändler zu den Kunden Einkassieren Einkassieren und neue Ware verkaufen Da der Bedarf der kleinen Leute groß ist kaufen sie verhältnismäßig viel Da ihr Einkommen sehr gering ist zahlen sie verhältnismäßig wenig Der Ratenhändler weiß nicht worüber er sich freuen soll über den steigenden Absatz oder über den fallenden Je mehr er verkauft desto langsamer bekommt er sein Geld Soll er die Preise erhöhen Dann gehen die Leute in das nächste Warenhaus deren es jetzt in allen kleinen Städten einige gibt Der Ratenhändler ist für sie billiger weil er die Eisenbahn bezahlt die sie sonst bezahlen müssen Mit ihm kommt das Warenhaus zu den Kunden Er ist bequemer Infolgedessen ist sein Leben unbequem Wenn er die Eisenbahn ersparen will muss er schwer bepackt zu Fuß gehen Also geht er langsam Dabei kommt er nicht überall zurecht Er muss Sonntag bei allen sein die ihm Geduld schuldig sind Der Lohn ist Sonnabend bezahlt worden Er ist also Montag nicht mehr vorhanden Fährt der Rattenhändler aber Eisenbahn So zahlt er auf jeden Fall Er kommt auch überall zurecht Aber sehr oft ist der Wochenlohn schon am Sonntag nicht mehr vorhanden So sind die jüdischen Schicksale 6 Was kann ein Ostjude sonst werden Ist er Arbeiter so nimmt ihn keine Fabrik Es gibt viele heimische Arbeitslose Aber selbst wenn es sie nicht gäbe man nimmt nicht einmal christliche Ausländer geschweige denn jüdische Es gibt auch ostjüdische Handwerker In der Leopoldstadt und in der Brigittenau leben viele ostjüdische Herrenschneider Die Juden sind Begabte Schneider Aber es ist ein Unterschied ob man ein Lokal einen Modesalon im ersten Bezirk in der Herrengasse hat oder eine Werkstatt in der Küche eines Hauses in der kleinen Schiffgasse Wer kommt in die kleine Schiffgasse Wer nicht gezwungen ist hinzugehen der geht lieber an ihr vorbei In der kleinen Schiffgasse riecht es nach Zwiebeln und Petroleum nach Hering und Seife nach Spülwasser und Hausrat nach Benzin und Kochtöpfen nach Schimmel und Delikatessen Schmutzige Kinder spielen in der kleinen Schiffgasse man staubt Teppiche an offenen Fenstern und lüftet Betten Pflaumfedern schwimmen in der Luft In so einer Gasse wohnt der jüdische kleine Schneider Aber wäre es nur die Gasse Seine Wohnung besteht aus einem Zimmer und einer Küche Und nach den rätselhaften Gesetzen nach denen Gott die Juden regiert hat ein armer ostjüdischer Schneider sechs und mehr Kinder aber nur selten einen Gehilfen Die Nähmaschine rasselt das Bügeleisen steht auf dem Nudelbrett auf dem Ehebett nimmt er Maß Wer sucht einen solchen Schneider auf? Er zehrt nicht am Markt der Eingeborenen der ostjüdische Schneider Er lockt keine Kunden dem christlichen Schneider weg Er kann zuschneiden seine Arbeit ist vorzüglich Vielleicht wird er nach 20 Jahren einen wirklich Modersalon im ersten Bezirk in der Herrengasse haben Aber dann wird er ihn auch redlich verdient haben Auch Ostjuden sind keine Zauberer Was sie erreichen kostet Mühsal Schweiß und Not 7 Wenn Es gibt Es gibt Ostjüdische Intellektuelle Lehrer Schreiber und so weiter Es gibt auch Almosen Empfänger Verschämte Bettler Straßenbettler Musikanten Zeitungsverkäufer sogar Stiefelputzer Und und so genannte Lufthändler Lufthändler Händler mit Luftware Die Ware liegt noch irgendwo in Ungarn auf einem Bahnhof Sie liegt aber nicht gar auf dem ungarischen Bahnhof Sie wird am Franz-Josefs-Keh gehandelt Es gibt Ostjüdische Betrüger Freilich Betrüger Aber es gibt auch Westeuropäische Betrüger 8 Die zwei großen Straßen der Leopoldstadt sind die Taborstraße und die Praterstraße Die Praterstraße ist beinahe herrschaftlich Sie führt direkt ins Vergnügen Juden und Christen bevölkern sie Sie ist glatt weit und hell Sie hat viele Cafés Viele Cafés sind auch in der Taborstraße Es sind jüdische Cafés Ihre Besitzer sind meist jüdisch ihre Gäste fast durchwegs Die Juden gehen gern ins Café Haus um Zeitung zu lesen Terok und Schach zu spielen und Geschäfte zu machen Juden sind gute Schachspieler Sie haben auch christliche Partner Ein guter christlicher Schachspieler kann kein Antisemit sein In den jüdischen Cafés gibt es stehende Gäste Sie bilden im wahren Sinne des Wortes die Laufgrundschaft Es sind Stammgäste ohne Speise und Trank einzunehmen Sie kommen 18 Mal im Laufe eines Vormittages ins Lokal Das Geschäft erfordert es Sie verursachen viel Geräusch Sie sprechen eindringlich laut und ungezwungen Weil alle Besucher Menschen von Welt und guten Manieren sind fällt niemanden auf obwohl er auffällig ist In einem echten jüdischen Kaufhaus kann man den Kopf unter den Arm nehmen Niemand kümmert sich darum Der Krieg hat viele ostjüdische Flüchtlinge nach Wien gebracht Solange ihre Heimat besetzt war gab man ihnen Unterstützungen Man schickte ihnen nicht etwa das Geld nach Haus Sie mussten in den kältesten Wintertagen in den frühesten Nachtstunden anstehen Alle Kreise kranke Frauen Kinder Sie schmuggelten Sie brachten Mehl Fleisch Eier aus Ungarn Man sperrte sie in Ungarn ein weil sie die Nahrungsmittel aufkauften Man sperrte sie in Österreich ein weil sie nicht rationierte Lebensmittel ins Land brachten Sie erleichterten den Wienern das Leben Man sperrte sie ein Nach dem Krieg wurden sie zum Teil gewaltsam repatriiert Ein sozialdemokratischer Landeshauptmann ließ sie ausweisen Für Christlich Soziale sind's Juden Für Deutsch Nationale sind sie Semiten Für Sozialdemokraten sind sie unproduktive Elemente Sie aber sind arbeitsloses Proletariat Ein Hausierer ist ein Proletarier Wenn er nicht mit den Händen arbeitet so schafft er mit den Füßen Wenn er keine bessere Arbeit findet so ist es nicht seine Schuld Wozu diese Selbstverständlichkeiten Wer glaubt das Selbstverständliche Berlin 1 Kein Ostjude geht freiwillig nach Berlin Wer in aller Welt kommt freiwillig nach Berlin Berlin ist eine Durchgangsstation in der man aus zwingenden Gründen länger verweilt Berlin hat kein Ghetto Es hat ein jüdisches Viertel Hierher kommen die Emigranten die über Hamburg und Amsterdam nach Amerika wollen Hier bleiben sie oft stecken Sie haben nicht genug Geld oder ihre Papiere sind nicht in Ordnung Freilich die Papiere Ein halbes jüdisches Leben verstreicht in zwecklosem Kampf gegen Papiere Die Ostjuden die nach Berlin kommen haben oft Durchreise Visum das sie berechtigt zwei bis drei Tage in Deutschland zu bleiben Es sind schon manche die nur ein Durchreise Visum hatten zwei bis drei Jahre in Berlin geblieben Von den alteingesessenen Berliner Ostjuden sind die meisten noch vor dem Kriege gekommen Verwandte sind ihnen nachgereist Flüchtlinge aus den okkupierten Gebieten kamen nach Berlin Juden die in Russland in der Ukraine in Polen in Litauen der deutschen Okkupationsarmee Dienst geleistet hatten mussten mit der deutschen Armee nach Deutschland Es gibt Es gibt ostjüdische Verbrecher in Berlin Taschendiebe Heiratsschwindler Betrüger Banknotenfälscher Inflationsschieber Fast keine Einbrecher Keine Mörder Keine Raubmörder Vom Kampf um die Papiere gegen die Papiere ist ein Ostjude nur dann befreit wenn er den Kampf gegen die Gesellschaft mit verbrecherischen Mitteln führt Der ostjüdische Verbrecher ist meist schon in seiner Heimat Verbrecher gewesen Er kommt nach Deutschland ohne Papiere oder mit Falschen Er meldet sich nicht bei der Polizei Nur der ehrliche Ostjude Er ist nicht nur ehrlich sondern auch furchtsam meldet sich bei der Polizei Das ist in Preußen weit schwieriger als in Österreich Die Berliner Kriminalpolizei hat die Eigenschaft in den Häusern nachzukontrollieren Sie prüft auch auf der Straße Papiere In der Inflation geschah es häufig Der Handel mit alten Kleidern ist nicht verboten aber er ist auch nicht geduldet Wer keinen Gewerbeschein besitzt darf meine alte Hose nicht kaufen Er darf sie auch nicht verkaufen Dennoch kauft er sie Er verkauft sie auch Er steht in der Joachimsthaler Straße oder Ecke Joachimsthaler Straße und Kurfürstendamm und tut so als täte er gar nichts Er muss den Passanten ansehen ob sie erstens alte Kleider zu verkaufen haben oder zweitens ob sie Geld gebrauchen Die gekauften Kleider verkauft man am nächsten Morgen an der Kleiderbörse Auch unter den Hausierern gibt es Rangunterschiede Es gibt reiche mächtige Hausierer zu denen die Kleinen sehr demütig aufblicken Je reicher ein Hausierer ist desto mehr verdient er Er geht nicht auf die Straße Er hat es ja nicht nötig Ja ich weiß nicht einmal ob ich ihn wirklich Hausierer nennen darf Eigentlich hat er einen Laden mit alten Kleidern und einen Gewerbeschein Und wenn es nicht sein eigener Gewerbeschein ist so ist es der eines eingesessenen eines Berliner Bürgers der nichts vom Kleiderhandel versteht aber prozentual am Geschäft beteiligt ist In der Kleiderbörse versammeln sich am Vormittag die Ladeninhaber und die Hausierer Diese bringen den Ertrag des vergangenen Tages alle alten Röcke und Kleider Im Frühling ist Hause in Sommer und Sportanzügen Im Herbst ist Hause in Cutaways Smokings und gestreiften Hosen Wer im Herbst mit Sommer und Leinen Anzügen kommt versteht das Geschäft nicht Die Kleider die der Hausierer den Passanten für ein lächerliches Geld abgekauft hat verkauft er mit einem lächerlich geringen Aufschlag an den Ladeninhaber Dieser lässt die Kleider bügeln auffrischen richten Dann hängt er sie vor sein Ladenschild und lässt sie flattern im Wind Wer alte Kleider gut zu verkaufen versteht wird bald neue Kleider verkaufen können Er wird ein Magazin eröffnen statt eines Ladens Er wird einmal Warenhaus Besitzer werden In Berlin kann auch ein Hausierer Karriere machen Er wird sich schneller assimilieren als seine Standesgenossen in Wien Berlin gleicht die verschiedenen aus und ertötet Eigenheiten Deshalb gibt es kein großes Berliner Ghetto Es gibt nur ein paar kleine Judenstraßen in der Nähe der Warschauer Brücke und im Scheunenviertel Die jüdischste aller Berliner Straßen ist die traurige Hirtenstraße 2 So traurig ist keine Straße der Welt Die Hirtenstraße hat nicht einmal die hoffnungslose Freudigkeit eines vegetativen Schmutzes Die Hirtenstraße ist eine Berliner Straße gemildert durch ostjüdische Einwohner aber nicht verändert Keine Straßenbahn durchfährt sie Kein Autobus Selten ein Automobil Immer Lastwagen Karren die Plebeer unter den Fahrzeugen Kleine Gasthäuser stecken in den Mauern Man geht auf Stufen zu ihnen empor Auf schmalen unsauberen ausgetretenen Stufen Sie gleichen dem negativ ausgetretener Absätze In offenen Hausfluren liegt Unrat Auch gesammelter eingekaufter Unrat Unrat als Handelsobjekt Altes Zeitungspapier zerrissene Strümpfe Alleinstehende Sohlen Schnürsenkel Schürzenbänder Die Herdenstraße ist langweilig vororthaft Sie hat nicht den Charakter einer Kleinstadtstraße Sie ist neu billig schon verbraucht Schundware Eine Gasse aus einem Warenhaus aus einem billigen Warenhaus Sie hat einige blinde Schaufenster Jüdisches Gebäck Mohnbeugel Semmeln Schwarze Brote liegen in den Schaufenstern Ein Ölkändchen Fliegenpapier Schwitzendes Außerdem gibt es da jüdische Talmudschulen und Bethäuser Man sieht hebräische Buchstaben Sie stehen fremd an diesen Mauern Man sieht hinterhalb blinden Fenstern Bücherrücken Man sieht Juden mit dem Thales unterm Arm Sie gehen aus dem Bethaus Geschäften entgegen Man sieht kranke Kinder alte Frauen Der Versuch diese Berliner langweilige so gut wie möglich sauber gehaltene Straße in ein Ghetto umzuwandeln ist immer wieder stark Immer wieder ist Berlin stärker Die Einwohner kämpfen einen vergeblichen Kampf Sie wollen sich breit machen Berlin drückt sie zusammen Ich trete in eine der kleinen Schank Wirtschaften Im Hinterzimmer sitzen ein paar Gäste und warten auf das Mittagessen Sie tragen die Hüte auf dem Kopf Die Wirtin steht zwischen Küche und Gaststube Hinter dem Ladentisch steht der Mann Er hat einen Bart aus rotem Zwirn Er ist furchtsam Wie sollte er nicht furchtsam sein Kommt nicht die Polizei in diesen Laden War sie nicht schon einige Male da Der Schank wird reicht mir auf jeden Fall die Hand Und auf jeden Fall sagt er Oh das ist ein Gast Sie sind schon so lange nicht da gewesen Niemals schadet eine herzliche Begrüßung Man trinkt das national getränk der Juden mit Das ist der Alkohol an dem sie sich berauschen können sie lieben den schweren dunkelbraunen Met es süß herb und kräftig 3 Manchmal kommt nach Berlin der Tempel Salomonis Diesen Tempel hat ein Herr Frohmann aus Drohobitsch getreu nach den genauen Angaben der Bibel hergestellt aus aus Fichten aus Fichtenholz und Pappmaché und Gold Farbe keineswegs aus Zedernholz und echtem Gold wie der große König Salomo Frohmann behauptet er hätte sieben Jahre an dieser Miniatur Tempelchen gebaut Ich glaube es Einen Tempel wieder aufzubauen genau nach den Angaben der Bibel erfordert ebenso viel Zeit wie Liebe Man sieht jeden Vorhang jeden Vorhof jede kleinste Turmzacke jedes heilige Gerät Der Tempel steht auf einem Tisch im Hinterzimmer einer Schenke Es riecht nach jüdischen zwiebelgefüllten Fischen Sehr wenige Besucher kommen Die Alten kennen den Tempel schon und die Jungen wollen nach Palästina nicht um Tempel sondern um Landstraßen zu bauen Und Frohmann fährt von einem Ghetto zum anderen von Juden zu Juden und zeigt ihnen sein Kunstwerk Frohmann der Hüter der Tradition und des einzigen großen architektonischen Werkes das die Juden jemals geschaffen haben und dass sie infolgedessen niemals vergessen werden Ich glaube dass Frohmann der Ausdruck dieser Sehnsucht ist der Sehnsucht eines ganzen Volkes Ich Ich habe einen alten Juden vor dem Miniatur Tempel stehen gesehen Er glich seinen Brüdern die an der einzig übrig gebliebenen heiligen Mauer des zerstörten Tempels in Jerusalem stehen Weinen Weinen und Beten 5 Das Kabarett fand ich zufällig während ich an einem hellen Abend durch die dunklen Straßen wanderte durch die Fensterscheiben kleiner Bethäuser blickte die nichts anderes waren als simple Verkaufsläden bei Tag und Gotteshäuser des Morgens und des Abends So nahe sind den Juden des Ostens Erwerb und Himmel Sie brauchen für ihren Gottesdienst nichts als zehn Erwachsene das heißt über 13 Jahre alte Glaubensgenossen einen Vorbeter und die Kenntnis der geografischen Lage um zu wissen wo Osten ist der Misrach die Gegend des Heiligen Landes der Orient aus dem das Licht kommen soll In dieser Gegend wird alles improvisiert der Tempel durch die Zusammenkunft der Handel durch das Stehenbleiben in der Straßen Mitte Es ist immer noch der Auszug aus Ägypten der schon Jahrtausende anhält Man muss immer auf dem Sprung sein alles mit sich führen das Brot und die Zwiebel in der Tasche in der anderen die Gebet Riemen Wer weiß ob man in der nächsten Stunde nicht schon wieder wandern muss Auch das Theater entsteht plötzlich jenes 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 ich sah war im Hof eines schmutzigen und alten Gasthofes etabliert es war ein viereckiger Lichthof Gänge und Korridore mit Glasfenstern klebten an seinen Wänden und enthüllten verschiedene Intimitäten der Häuslichkeit Betten Hemden und Eimer Eine alte verirrte Linde stand in der Mitte und repräsentierte die Natur Durch ein paar erleuchtete Fenster sah man in das Innere einer rituellen Gasthof Küche Der Dampf stieg aus den kochenden Töpfen Eine dicke Frau schwang einen Löffel Ihre fetten Arme waren halb entblößt Unmittelbar vor den Fenstern und so dass sie es zur Hälfte verdeckte stand ein Podium von dem man aus direkt in den Flur des Restaurants gelangen konnte Vor dem Podium saß die Musik Eine Kapelle aus sechs Männern von denen die Sage ging dass sie Brüder sind und Söhne des großen Musikers Mendel aus Bertitschew an den sich noch die ältesten Juden aus dem Osten erinnern können und dessen Geigenspiel so herrlich war dass man es nicht vergessen kann weder in Litauen noch in Wollnien noch in Galicien Die Schauspielertruppe die hier bald auftreten sollte nannte sich Truppe Surokin Surokin hieß ihr Direktor Regisseur und Kassierer ein dicker glatt rasierter Herr aus Kofno der schon in Amerika gesungen hatte Vorbeter und Tenor Synagogen und Opernheld Verwöhnt Stolz und Herablassend Unternehmer und Kamerad zu gleichen Teilen Das Publikum saß an kleinen Tischen aß Brot und Wurst und trank Bier holte sich Speise und Trank selbst aus dem Restaurant unterhielt sich schrie lachte es bestand aus kleinen Kaufleuten und deren Familien nicht mehr orthodox sondern aufgeklärt wie man im Osten Juden nennt die sich rasieren lassen wenn auch nur einmal wöchentlich und europäische Kleidung tragen diese Juden befolgen die religiösen Bräuche mehr aus Pietät als aus religiösem Bedürfnis sie denken an Gott nur wenn sie ihn brauchen und es ist ihr Glück dass sie ihn ziemlich oft brauchen unter ihnen finden sich zynike und abergläubische aber alle werden in bestimmten Situationen sentimental und in ihrer Gerührtheit rührend sie sind in Dingen des Geschäftes rücksichtslos gegeneinander und gegen Fremde und doch braucht man nur an eine bestimmte verborgene Seite zu rühren um sie opferwillig gütig und human zu machen ja sie können weinen besonders in einem solchen Freilufttheater wie es dieses war die Truppe bestand aus zwei Frauen und drei Männern und bei dem Versuch zu schildern wie und was sie auf dem Podium aufgeführt haben stocke ich das ganze Programm war improvisiert Zuerst trat ein dünner kleiner Mann auf in seinem Gesicht saß die Nase wie ein Fremdes sehr verwundertes es war eine impertinente zu dringlich fragende und dennoch rührend lächerliche Nase eher slawisch als jüdisch breite Flügel mit einem unvermutet spitzen Ende Der Mann mit dieser Nase spielte einen Batlen einen närrisch weißen Spaßmacher er sang alte Lieder und verulgte sie indem er ihnen überraschende komische widersinnige Pointen anhängte dann sangen beide Frauen ein altes Lied ein Schauspieler erzählt eine humoristische Geschichte von Scholem Alchem und zum Schluss rezitierte der Herr Direktor Sorokin moderne hebräische und jüdische Geschichten lebender und jüngst verstorbener jüdische Autoren Er sprach die hebräischen Verse und gleich darauf ihre jüdische Übersetzung und manchmal begann er zwei drei Strophen leise zu singen als sänge er so für sich in seinem Zimmer und es wurde totenstill und die kleinen Kaufleute hatten große Augen und stützten das Kinn auf die Faust und man hörte das Rauschen der Linde Ich weiß nicht ob Sie alle die jüdischen Melodien des Ostens kennen und ich will versuchen Ihnen eine Vorstellung von dieser Musik zu geben Ich glaube sie am deutlichsten gekennzeichnet zu haben wenn ich sie bezeichne als eine Mischung von Russland und Jerusalem von Volkslied und Psalm Diese Musik ist synagogal pathetisch und volkstümlich naiv Der Text scheint wenn er nur gelesen wird eine heitere flotte Musik zu erfordern Hört man ihn aber gesungen so ist es ein schmerzliches Lied das unter Tränen lächelt Hat man es einmal gehört so klingt es wochenlang nach Der Gegensatz war ein scheinbarer In Wirklichkeit kann dieser Text in keiner anderen Melodie gesungen werden Er lautet Sie sitzen Sie tummeln sich nicht etwa unter den grünen Bäumen tummelten sie sich dann wäre der Rhythmus dieser Zeilen so flott wie er es auf den ersten Blick zu sein scheint Aber sie tummelten sich nicht die kleinen Juden Knaben Land herein. Diesen Sang verstanden alle Kaufleute. Die kleinen Menschen tranken kein Bier und aßen keine Würste mehr. So wurden sie präpariert für die schöne, ernste, sogar schwierige und manchmal abstrakte Poesie des großen hebräischen Dichters Bialik, dessen Lieder in fast alle Kultursprachen übersetzt sind und von dem eine Wiederbelebung der hebräischen Schriftsprache ausgegangen sein soll, die sie endgültig zu einer lebendigen Macht. Dieser Dichter hat den Zorn alter Propheten und die süße Stimme eines jubelnden Kindes. Paris 1 Die Ostjuden haben nicht leicht den Weg nach Paris gefunden. Sie kamen viel leichter nach Brüssel und Amsterdam. Einige arm gewordene und einige reichwerdende jüdische Juwelenhändler bleiben aus Zwang im französischen Sprachgebiet. Der kleine Ostjude hat eine übertriebene Furcht vor einer ganz fremden Sprache. Deutsch ist beinahe seine Muttersprache. Er wandert viel lieber nach Deutschland als nach Frankreich. Der Ostjude lernt leicht fremde Sprachen verstehen, aber seine Aussprache wird niemals rein. Er wird immer erkannt. Es ist sein gesunder Instinkt, der ihn vor den romanischen Ländern warnt. Auch gesunde Instinkte irren. Die Ostjuden leben in Paris fast wie Gott in Frankreich. Niemand hindert sie hier, Geschäfte oder sogar Ghettos aufzumachen. Es gibt einige jüdische Viertel in Paris, in der Nähe des Montmartre und in der Nähe der Bastille. Es sind die ältesten Pariser Stadtteile. Es sind die ältesten Pariser Häuser mit der billigsten Miete. Juden geben nicht gern Geld für unnützen Komfort aus, solange sie nicht sehr reich sind. Sie haben es schon aus äußeren Gründen in Paris leicht. Ihre Physiognomie verrät sie nicht. Ihre Lebhaftigkeit fällt nicht auf. Ihr Witz begegnet dem Französischen auf halbem Weg. Paris ist eine wirkliche Weltstadt. Wien ist einmal eine gewesen. Berlin wird erst einmal eine sein. Die wirkliche Weltstadt ist objektiv. Sie hat Vorurteile wie die anderen aber keine Zeit, sie anzuwenden. Im Wiener Prater gibt es beinahe keine antisemitische Äußerung, obwohl nicht alle Besucher Judenfreunde sind und obwohl neben ihnen, zwischen ihnen die östlichsten der Ostjuden wandeln. Weshalb? Weil man sich im Prater freut. In der Taborstraße, die zum Prater führt, fängt der Antisemit an, antisemitisch zu sein. In der Taborstraße freut man sich nicht mehr. In Berlin freut man sich nicht. Aber in Paris herrscht die Freude. In Paris beschränkt sich der grobe Antisemitismus auf die freudlosen Franzosen. Das sind die Royalisten, die Gruppe um die Aktion Francais. Es wundert mich nicht, dass sie in Frankreich ohnmächtig sind und immer bleiben werden. Sie sind zu wenig französisch. Sie sind zu pathetisch und zu wenig ironisch. Paris ist sachlich. Obwohl Sachlichkeit eine deutsche Tugend sein mag. Paris ist demokratisch. Der deutsche ist menschlich. Aber in Paris hat die praktische Humanität eine große, starke Tradition. In Paris erst fangen die Ostjuden an, Westeuropäer zu werden. Sie werden Franzosen, sie werden sogar Patrioten. 2. Der bittere Lebenskampf der Ostjuden, der gegen die Papiere, wird in Paris gemildert. Die Polizei ist von einer humanen Nachlässigkeit. Sie ist zugänglicher der Individualität und dem persönlichen. Die deutsche Polizei hat Kategorien. Die Pariser Polizei lässt sich leicht überreden. In Paris kann man sich anmelden, ohne viermal zurückgeschickt zu werden. Die Pariser Ostjuden dürfen leben, wie sie wollen. Sie können ihre Kinder in rein jüdische Schulen schicken oder in französische. Die in Paris geborenen Kinder der Ostjuden können französische Staatsbürger werden. Frankreich braucht Menschen. Ja, es ist geradezu seine Aufgabe, schwach bevölkert zu sein und immer wieder Menschen zu brauchen, Fremde französisch zu machen. Es ist seine Stärke und seine Schwäche. Freilich lebt ein französischer Antisemitismus auch in den Nicht-Royalisten. Aber kein Hundertgrädiger. Die an einen viel stärkeren, rüderen, brutaleren Antisemitismus gewohnten Ostjuden geben sich mit dem Französischen zufrieden. Sie dürfen sich zufrieden geben. Sie haben religiöse, kulturelle, nationale Freiheiten. Sie dürfen jüdisch reden, so viel und so laut sie wollen. Sie dürfen sogar schlecht französisch sprechen, ohne dass man sie verdächtigt. Die Folge dieses Entgegenkommens ist, dass sie französisch lernen, dass ihre Kinder kein jüdisch mehr sprechen. Sie verstehen es gerade noch. Es hat mich belustigt, in den Straßen des Pariser Judenviertels die Eltern jüdisch, die Kinder französisch sprechen, zu hören. Auf jüdische Fragen erfolgen französische Antworten. Diese Kinder sind begabt. Sie werden es in Frankreich zu etwas bringen, wenn Gott will. Und Gott will es, wie mir scheint. Die Berliner jüdischen Schenken in der Hirtenstraße sind traurig, kühl und still. Die Pariser jüdischen Gasthäuser sind lustig, warm und laut. Sie machen alle gute Geschäfte. Ich habe manchmal bei Herrn Weingroth gesessen. Er führt ausgezeichnete Bratgänse. Er braut einen guten, starken Schnaps. Er amüsiert die Gäste. Er sagt zu seiner Frau, gib mir das Soll und Haben, Silvoplait. Und die Frau sagt, nehmen Sie sich vom Buffet, Silvoplait. Sie sprechen ein wirklich heiteres Kauderwelsch. Ich habe Herrn Weingroth gefragt, wie sind Sie nach Paris gekommen? Da sagt Herr Weingroth, Excusez, Monsieur, pourquoi nicht nach Paris? Aus Russland schmeißt man mich hinaus, in Polen sperrt man mich ein, nach Deutschland gibt man mir kein Visum. Pourquoi soll ich nicht kommen nach Paris? Herr Weingroth ist ein tapferer Mann. Er hat ein Bein verloren, er hat eine Prothese und ist immer guter Laune. Er hat sich in Frankreich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Viele Ostjuden haben freiwillig und aus Dankbarkeit im Französischen hergedient. Aber das Bein hat Weingroth nicht im Krieg verloren. Er kam gesund zurück, mit heilen Knochen. Da sieht man, wie das Schicksal lauert, wenn es will. Weingroth verlässt den Laden, will über die Straßenmitte. Niemals einmal in der Woche vielleicht fährt ein Auto durch diese Gasse. Gerade jetzt kommt es. Da Weingroth hinüber will. Fährte nieder, so verlor er sein Bein. Drei Ich habe ein jiddisches Theater in Paris besucht. In der Garderobe wurden Kinderwagen abgegeben. Regenschirme nahm man in den Saal, im Parkett saßen Mütter mit Säuglingen. Die Stuhlreihen waren lose, man konnte die Sessel herausnehmen. In den Seitenwänden lustwandelten Zuschauer. Der eine verließ seinen Platz, der andere setzte sich. Man aß Orangen, es spritzte und roch. Man sprach laut, sang mit, klatschte den Darstellern auf offener Szene. Die jungen jüdischen Frauen sprachen nur Französisch. Sie waren pariserisch elegant. Sie waren schön. Sie sahen aus wie Frauen aus Marseille. Sie sind pariserisch begabt. Sie sind kokett und kühl. Sie sind leicht und sachlich. Sie sind treu wie die Pariserinnen. Die Assimilation eines Volkes beginnt immer bei den Frauen. Man gab einen Schwank in drei Akten. Im ersten Akt will die jüdische Familie eines kleinen russischen Dorfes auswandern. Im zweiten kriegt sie die Pässe. Im dritten ist die Familie in Amerika reich geworden und protzig. Und im Begriff ihre alte Heimat zu vergessen und die alten Freunde aus der Heimat, die nicht nach Amerika kommen. Dieses Stück gibt reichlich Gelegenheit, amerikanische Schlager zu singen. Und alte russisch-jüdische Lieder. Als die russischen Lieder und Tänze kamen, weinten die Darsteller und die Zuschauer. Hätten nur jene geweint, es wäre kitschig gewesen. Aber als diese weinten, wurde es schmerzlich. Juden sind leicht gerührt, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass ein Heimweh sie rühren könnte. Es war eine so innige, beinahe private Beziehung von der Bühne zum Zuschauer. Für dieses Volk Schauspieler sein ist schön. Der Regisseur trat vor und kündigte den nächsten Programmwechsel an. Nicht durch die Zeitung, nicht durch Plakate. Mündlich. Von Mensch zu Mensch. Er sprach, Er werdet Mittwoch den Herrn X aus Amerika sehen. Er sprach wie ein Führer zu seinen Getreuen. Er sprach unmittelbar und witzig. Seinen Witz verstand man, ahnte beinahe voraus. Er witterte die Pointe. Ich sprach in Frankreich mit einem jüdischen Artisten aus Razivilov, dem alten russisch-österreichischen Grenzort. Er war ein musikalischer Clown und verdiente viel. Er war ein Clown aus Überzeugung und nicht von Geburt. Er entstammte einer Musikantenfamilie. Sein Urgroßvater, sein Großvater, sein Vater, seine Brüder waren jüdische Hochzeitsmusikanten. Er, der Einzige, konnte seine Heimat verlassen und im Westen Musik studieren. Ein reicher Jude unterstützte ihn. Er kam in eine Musikhochschule in Wien. Er komponierte, er gab Konzerte. Aber, sagte er, was soll ein Jude der Welt ernste Musik machen? Ich bin immer ein Clown in dieser Welt, auch wenn mein ernster Referat über mich bringt und Herren von den Zeitungen mit Brillen in den ersten Reihen sitzen. Soll ich Beethoven spielen? Soll ich Kolnitre spielen? Eines Abends, als ich auf der Bühne stand, begann ich, mich verlachend zu schütteln. Was machte ich der Welt vor? Ich? Ein Musikant aus Razivilov? Soll ich nach Razivilov zurückkehren und bei jüdischen Hochzeiten aufspielen? Werde ich dort nicht noch lächerlicher sein? An jenem Abend sah ich ein, dass mir nichts anderes übrig blieb, als in den Zirkus zu gehen. Nicht, um ein Herrenreiter zu sein oder ein Seiltänzer. Das ist nichts für Juden. Ich bin ein Clown. Und seit meinem ersten Auftreten im Zirkus ist es mir ganz klar, dass ich die Tradition meiner Väter gar nicht verleugnet habe und dass ich bin, was sie hätten sein sollen. Zwar würden sie erschrecken, wenn sie mich sehen würden. Ich spiele Zieh und Mundharmonika und Saxophon und es freut mich, dass die Leute gar nicht wissen, dass ich Beethoven spielen kann. Ich bin ein Jud aus Razivilov. Ich habe Frankreich gern. Für alle Artisten ist die Welt vielleicht überall gleich, aber für mich nicht. Ich gehe in jeder großen Stadt Juden aus Razivilov suchen. In jeder großen Stadt treffe ich zwei oder drei. Wir reden miteinander. In Paris leben auch einige. Sind sie nicht aus Razivilov, so sind sie aus Dubno. Und sind sie nicht aus Dubno, so sind sie aus Kizinev. Und in Paris geht es ihnen gut. Es geht ihnen gut. Es können doch nicht alle Juden beim Zirkus sein. Wenn sie nicht beim Zirkus sind, müssen sie mit allen fremden und gleichgültigen Menschen gut sein. Und mit niemandem dürfen sie es sich verderben. Ich brauche nur in der Artistenliga eingeschrieben sein. Das ist ein großer Vorteil. In Paris leben die Juden frei. Ich bin ein Patriot. Ich habe ein jüdisches Herz. 5. Im großen Hafen Marseille kommen jährlich ein paar Juden aus dem Osten an. Sie wollen ein Schiff besteigen. Oder sie kommen gerade von Bord. Sie haben irgendwo hinfahren wollen. Das Geld ist ihnen ausgegangen. Sie mussten an Land gehen. Sie schleppen alles Gepäck zum Postamt, geben ein Telegramm auf und warten auf Antwort. Aber Telegramme werden nicht schnell beantwortet. Und solche überhaupt nicht, in denen um Geld gebeten wird. Ganze Familien nächtigen unter freiem Himmel. Manche Einzelne bleiben in Marseille. Sie werden Dolmetscher. Dolmetscher sein ist ein jüdischer Beruf. Es handelt sich nicht darum, zu übersetzen ins Französische aus dem Englischen, ins Französische aus dem Russischen, ins Französische aus dem Deutschen. Es handelt sich darum, den Fremden zu übersetzen, auch wenn er nichts gesprochen hat. Er braucht den Mund nicht aufzumachen. Christliche Dolmetscher übersetzen vielleicht. Jüdische erraten. Sie verdienen Geld. Sie führen die Fremden in gute Wirtsstuben, aber auch auf die Dörfer. Die Dolmetscher beteiligen sich am Geschäft. Sie verdienen Geld. Sie gehen zum Hafen, besteigen ein Schiff und fahren nach Südamerika. Nach den Vereinigten Staaten kommen die Ostjuden schwer. Die erlaubte Zahl ist längst und oft überschritten. 6. Einige ostjüdische Studenten sind nach Italien gefahren. Die italienische Regierung, sie hat manches gut zu machen, verleiht Stipendien jüdischen Studenten. Viele Ostjuden haben sich nach dem Zerfall der Monarchie in das neu erstandene Südslawien begeben. Aus Ungarn werden Ostjuden prinzipiell ausgewiesen. Kein ungarischer Jude wird sich ihrer annehmen. Die Mehrzahl der ungarischen Juden sind, trotz Horti, nationalmagiarisch. Es gibt ungarische nationalistische Rabbiner. Wohin können die Ostjuden sonst fahren? Nach Spanien kommen sie nicht. Es ruht ein Bannfluch der Rabbis auf Spanien, seitdem die Juden dieses Land hatten verlassen müssen. Auch die Nichtfrommen, die aufgeklärten, hüten sich, nach Spanien zu fahren. Erst in diesem Jahr erlischt der Bannfluch. Von einigen ostjüdischen Studenten hörte ich, dass sie nach Spanien fahren wollten. Sie werden gut daran tun, die polnischen Universitäten, auf denen der Numerus Clausus herrscht, die Wiener Universitäten, auf der außer dem Numerus Clausus auch noch die Borniertheit herrscht, und die deutschen Universitäten, an denen der Bierkrug herrscht, zu verlassen. Es wird noch einige Jahre dauern. Dann werden Ostjuden nach Spanien kommen. Alte Legenden, die man sich im Osten erzählt, knüpfen an den langen Aufenthalt der Juden in Spanien an. Es ist manchmal wie eine stille Sehnsucht, ein verdrängtes Heimweh nach diesem Land, das so stark an die Urheimat, an Palästina erinnert. Man kann sich freilich keinen stärkeren Gegensatz denken, als den zwischen Ostjuden und Spaniolischen. Die spaniolischen Juden verachten die Aschkenazim im Allgemeinen, die Ostjuden im Besonderen. Die spaniolischen Juden sind stolz auf ihre alte, adelige Rasse. Misch-Ehen zwischen Spaniolen und Aschkenazim kommen selten, zwischen Spaniolen und Ostjuden fast niemals vor. 9. Nach einer alten Legende sind einmal zwei Ostjuden durch die Welt gezogen, um Geld zum Bau einer Synagoge zu sammeln. Sie kamen zu Fuß durch Deutschland, sie kamen an den Rhein, gingen nach Frankreich und begaben sich in die alte jüdische Gemeinde Frankreichs nach Montpellier. Von hier zogen sie ostwärts ohne Karte, ohne die Wege zu kennen und verirrten sich. 10. Sie gelangten in einer finsteren Nacht in das lebensgefährliche Spanien, wo sie getötet worden wären, wenn sich nicht ihrer die frommen Mönche eines spanischen Klosters angenommen hätten. Die Mönche luden die jüdischen Wanderer zu einem Disput ein, waren über die Gelehrtheit der Juden sehr erfreut, brachten sie sicher über die Grenze zurück und gaben ihnen noch einen Klumpen Gold zum Bau der Synagoge. Beim Abschied mussten die Juden schwören, das Gold wirklich zum Bau der Synagoge zu verwenden. Die Juden schworen. Aber die Sitte, wenn auch nicht das Gesetz, verbot ihnen, das Gold, das aus dem Besitz eines Klosters, wenn auch eines freundlichen kam, für das Heiligtum zu benutzen. 10. Sie überlegten lange und kamen endlich auf die Idee, aus dem Goldklumpen eine Kugel zu formen und sie auf dem Dach der Synagoge als eine Art Wahrzeichen anzubringen. Diese goldene Kugel leuchtet noch auf dem Dach der Synagoge und sie ist das einzige, das die Juden des Osten noch mit ihrer alten spanischen Heimat verbindet. Diese Geschichte erzählte mir ein alter Jude. Er war Tora-Schreiber von Beruf, ein Sofa, ein frommer und ein weiser und ein armer Mann. Er war ein Gegner der Zionisten. Jetzt, sagte er, wird der Jerem, der Bannfluch, gegen Spanien erlöschen. Ich habe nichts dagegen, dass meine Enkel nach Spanien gehen. Es ist den Juden nicht immer dort schlecht gegangen. Es gab fromme Menschen in Spanien und wo fromme Christen sind, können auch Juden leben. Denn die Gottesfeucht ist immer noch sicherer als die sogenannte moderne Humanität. Er wusste nicht, der Alte, dass die Humanität nicht mehr modern ist. Er war nur ein alter, armer Tora-Schreiber. Ein Jude geht nach Amerika. 1. Immer noch, und obwohl die erlaubte Zahl für die östlichen Einwanderer schon einige Male überschritten war und obwohl die amerikanischen Konsulate so viele Papiere verlangen wie kein Konsulat der Welt, immer noch wandern viele Ostjuden nach Amerika aus. Amerika ist die Ferne. Amerika heißt die Freiheit. In Amerika lebt immer irgendein Verwandter. Es ist schwer, eine jüdische Familie im Osten zu finden, die nicht irgendeinen Vetter irgendeinen Onkel in Amerika besitzen würde. Vor 20 Jahren ist einmal einer ausgewandert. Er floh vor dem Militär. Oder er desertierte, nachdem er assentiert worden war. Wenn die Ostjuden nicht so viel Angst hätten, sie könnten sich mit Recht rühmen, das militärfeindlichste Volk der Welt zu sein. Sie waren vor langer Zeit von ihren Vaterländern, Russland und Österreich nicht würdig befunden worden, Militärdienst zu leisten. Erst als die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden kam, mussten sie einrücken. Es war eigentlich eine Gleichverpflichtung, keine Gleichberechtigung. Denn hatten bis dahin nur die Zivilbehörden die Juden schikaniert, so waren sie nun auch den Schikanen der Militärbehörden ausgeliefert. Die Juden trugen den Schimpf, nicht dienen zu müssen, mit großer Freude. Als man ihnen die große Ehre, kämpfen, exerzieren und fallen zu dürfen, verkündete, herrschte unter ihnen Trauer. Wer sich dem 20. Lebensjahr näherte und so gesund war, dass er annehmen musste, man würde ihn assentieren, floh nach Amerika. Wer kein Geld hatte, verstümmelte sich. Die Selbstverstümmelung grassierte ein paar Jahrzehnte vor dem Krieg unter den Juden des Ostens. Die so große Furcht vor dem Soldatenleben hatten, ließen sich einen Finger abhacken, die Sehnen an den Füßen durchschneiden und Gift in die Augen schütten. Sie wurden heldenhafte Krüppel, blind, lahm, krumm, sie unterwarfen sich dem langwierigsten, hässlichsten Leid. Sie wollten nicht dienen, sie wollten nicht in den Krieg ziehen und fallen. Ihre Vernunft war immer wach und rechnete. Ihre helle Vernunft berechnete, dass es immer noch nützlicher ist, lahm zu leben als gesund zu sterben. Ihre Frömmigkeit unterstützte diese Überlegung. Es war nicht nur dumm, für einen Kaiser, für einen Zaren zu sterben. Es war auch eine Sünde, fern von der Tora und entgegen ihren Geboten zu leben. Eine Sünde, Schweinefleisch zu essen. Am Sabbat eine Waffe zu tragen, zu exerzieren, gegen einen unschuldigen, fremden Menschen die Hand, geschweige denn das Schwert zu erheben. Die Ostjuden waren die heldenmütigsten Pazifisten. Sie litten für den Pazifismus. Sie machten sich zu freiwilligen Krüppeln. Noch hat niemand das Heldenlied von diesen Juden gedichtet. Die Kommission kommt! Es war ein Schreckensruf. Gemeint war die Militärärztliche Musterungskommission, die alle kleinen Städte bereiste, um Soldaten auszuheben. Wochen vorher begann das Plagen. Die jungen Juden plagten sich, um schwach zu werden, um Herzfehler zu bekommen. Sie schliefen nicht, sie rauchten, sie wanderten, sie liefen, sie wurden ausschweifend zu frommen Zwecken. Auf jeden Fall aber bestach man noch die Militärärzte. Die Vermittler waren höhere Beamte und ehemalige Militärärzte, die wegen dunkler Affären den Dienst hatten quittieren müssen. Ganze Scharen von Militärärzten wurden reich, verließen das Heer und eröffneten eine Privatpraxis, die zum Teil darin bestand, Bestechungen zu vermitteln. Wer Geld besaß, überlegte sich, ob er es mit einer Bestechung oder einer Flucht nach Amerika versuchen sollte. Die Mutigsten gingen nach Amerika. Nie mehr durften sie zurück. Sie verzichteten. Sie verzichteten schweren Herzens auf die Familie und leichten Herzens auf das Vaterland. Sie gingen nach Amerika. 2. Das sind heute die sagenhaften Vettern der Ostjuden. Die früheren Deserteure sind drüben reiche, zumindest wohlhabende Kaufleute. Der alte jüdische Gott war mit ihnen. Er belohnte ihre Militärfeindschaft. Dieser Vetter in Amerika ist die letzte Hoffnung jeder ostjüdischen Familie. Er hat schon lange nicht geschrieben, dieser Vetter. Man weiß nur, dass er sich verheiratet und Kinder gezeugt hat. Irgendein altes, vergiltes Bild hängt an der Wand. Vor 20 Jahren kam es an. Zehn Dollar lagen dabei. Man hat lange nichts mehr von ihm gehört. Dennoch zweifelt die Familie in Dubno nicht, dass man ihn in New York und Chicago finden wird. Vielleicht heißt er nicht mehr so jüdisch, wie er zu Hause genannt worden war. Er spricht Englisch, er ist amerikanischer Staatsbürger. Seine Anzüge sind bequem, seine Hosen sind weit, seine Röcke haben breite Schultern. Man wird ihn doch erkennen. Der Besuch wird ihm vielleicht nicht angenehm sein. Hinauswerfen wird er seine Verwandten sicherlich nicht. Und während man so seiner gedenkt, kommt eines Tages der Briefträger mit einem dicken Einschreibebrief. Dieser Brief enthält Dollars, Anfragen, Wünsche und Grüße und verspricht bald eine Schiffskarte. Von diesem Augenblick an fährt man nach Amerika. Die Jahreszeiten wechseln, die Monate reihen sich aneinander, das Jahr verrollt, man hört nichts von einer Schiffskarte, aber man fährt nach Amerika. Die ganze Stadt weiß es, die umliegenden Dörfer wissen es und die benachbarten kleinen Städte. Ein Fremder kommt und fragt, was macht Yishok Mayer? Er fährt nach Amerika, erwidern die Einheimischen. Indessen Yishok Mayer noch heute und morgen, wie gestern und vorgestern, seinen Geschäften nachgeht und scheinbar sich nichts in seinem Haus verändert. In Wirklichkeit verändert sich viel. Er stellt sich nämlich um. Er rüstet innerlich für Amerika. Er weiß schon genau, was er mitnehmen und was er behalten wird, was er zurücklassen und was er verkaufen wird. Er weiß schon, was mit dem Viertelhaus, das auf seinen Namen intabuliert ist, geschieht. Er hat einmal ein Viertelhaus geerbt. Die anderen drei Viertel besaßen drei Verwandte. Die sind gestorben oder ausgewandert. Die drei Viertel gehören jetzt einem Fremden. Diesem könnte man noch das letzte Viertel abtreten. Allein er zahlt nicht viel. Wer also sonst in aller Welt kauft ein Viertel von einem Haus? Man wird also, wenn es hypothekenfrei ist, noch möglichst viel Schulden aufzunehmen und trachten. Das gelingt nach einiger Zeit. Man hat Bargeld oder Wechsel, die so gut sind wie Bargeld. Der Jude, der nach Amerika will, lernt nicht etwa Englisch. Wie er im fremden Land zurechtkommen wird, weiß er schon. Er spricht Jiddisch, die am meisten verbreitete, geografisch nicht zahlenmäßig verbreitete Sprache. Er wird sich verständigen. Er braucht nicht Englisch zu verstehen. Die seit 30 Jahren im Judenviertel von New York ansässigen Juden sprechen auch noch Jiddisch und können ihre eigenen Enkel nicht mehr verstehen. Die Sprache des fremden Landes also kann er schon. Es ist seine Muttersprache. Auch Geld hat er. Ihm fehlt nur noch der Mut. Er fürchtet nicht Amerika. Er fürchtet den Ozean. Er ist gewohnt, durch weite Länder zu wandern, aber nicht über Meere. Einmal, als seine Vorfahren ein Meer zu überqueren hatten, geschah ein Wunder und die Wasser teilten sich. Wenn er durch den Ozean von seiner Heimat getrennt ist, so trennt ihn eine Ewigkeit von ihr. Vor Schiffen hat der Ostjude Angst. Dem Schiff traut er auch nicht. Seit Jahrhunderten lebt der Ostjude im Binnenland. Er fürchtet die Steppe nicht, nicht die Grenzenlosigkeit des Flachlandes. Er fürchtet die Desorientierung. Er ist gewohnt, dreimal im Tag sich gegen Misrach den Osten zu wenden. Das ist mehr als eine religiöse Vorschrift. Das ist die tiefgefühlte Notwendigkeit zu wissen, wo man sich befindet. Seinen Standpunkt zu kennen. Von der Sicherheit des geografischen Standpunktes aus kann man seinen Weg am besten finden und Gottes Wege am besten erkennen. Man weiß ungefähr, wo Palästina liegt. Auf dem Meer aber weiß man nicht, wo Gott wohnt. Man erkennt nicht, wo der Misrach liegt. Man kennt seine Stellung der Welt nicht. Man ist nicht frei. Man ist abhängig vom Kurs, den das Schiff genommen hat. Wer so tief das Bewusstsein im Blut hat wie der Ostjude, dass es jeden Augenblick gelten kann, zu fliehen, fühlt sich auf dem Schiff nicht frei. Wohin kann er sich retten, wenn etwas geschieht? Seit Jahrtausenden rettet er sich. Seit Jahrtausenden geschieht immer etwas Drohendes. Seit Jahrtausenden flieht er immer. Was geschehen kann? Wer weiß es? Können nicht auch auf dem Schiff Progrome ausbrechen? Wohin dann? Wenn einen Passagier auf dem Schiff der Tod überrascht, wo begräbt man den Toten? Wo versenkt man die Leiche ins Wasser? Die alte Legende aber von der Ankunft des Messias beschreibt genau die Wiederauferstehung der Toten. Alle Juden, die in fremder Erde begraben sind, werden unterirdisch rollen müssen, bis sie in Palästina angelangt sind. Glücklich diejenigen, die schon in Palästina begraben werden. Sie ersparen sich die weite und mühevolle Reise, die unaufhörliche, meilenlange Drehung. Werden aber auch die Toten erwachen, die ins Wasser versenkt worden sind? Gibt es Land unter dem Wasser? Welch seltsame Geschöpfe wohnen dort unten? Eine jüdische Leiche darf nicht seziert werden. Ganz unversehrt muss der Mensch dem Staub wieder übergeben werden. Fressen die Haifische nicht die Wasserleichen? Außerdem ist die versprochene Schiffskarte noch nicht da. Sie muss freilich kommen. Aber sie allein genügt ja auch noch nicht. Man muss die Einreisebewilligung haben. Die bekommt man ohne Papiere nicht. Wo sind die Papiere? Und nun beginnt der letzte, unerschütterndste Kampf gegen die Papiere um die Papiere. Ist dieser Kampf siegreich, dann braucht man nichts mehr. Drüben in Amerika kriegt jeder sofort einen neuen Namen und ein neues Papier. Man wundere sich nicht über die Pietätlosigkeit der Juden gegen ihre Namen. Mit einer Leichtfertigkeit, die überraschend wirkt, wechseln sie ihre Namen. Die Namen ihrer Väter, deren Klang doch immerhin für europäische Gemüter irgendeinen Gefühlswert hat. Für die Juden hat der Name deshalb keinen Wert, weil er gar nicht ihr Name ist. Juden, Ostjuden, haben keinen Namen. Sie tragen aufgezwungene Pseudonyme. Ihr wirklicher Name ist der, mit dem sie am Sabbat und an Feiertagen zur Tora aufgerufen werden. Ihr jüdischer Vorname und der jüdische Vorname ihres Vaters. Die Familiennamen aber, von Goldenberg bis zu Hescheles, sind aufoktruierte Namen. Die Regierungen haben den Juden befohlen, Namen anzunehmen. Sind es ihre eigenen? Wenn einer Nachmann heißt und seinen Vornamen in ein europäisches Norbert verändert, ist nicht Norbert die Verkleidung, das Pseudonym? Ist es etwa mehr als Mimikri? Empfindet das Chamäleon Pietät gegenüber den Farben, die es fortwährend wechseln muss? Der Jude schreibt in Amerika Green Boom statt Grünbaum. Er trauert nicht um die veränderten Vokale. 3. Leider ist er noch immer nicht so weit, sich nennen zu können, wie er will. Noch ist er in Polen, in Litauen, noch musste er Papiere haben, die seine Geburt, seine Existenz, seine Identität beweisen. Und er fängt an, die Wege zu wandern, die genauso unübersichtlich verworren, ziellos und tragisch, lächerlich im Kleinen sind, wie einst die Wege seiner Väter im Großen waren. Man schickt ihn nicht von Pontius zu Pilatus, man schickt ihn vom Vorzimmer des Pontius zum geschlossenen Tor des Pilatus. Überhaupt sind alle Staatstüren verschlossen. Nur mit Kanzlei Sekretären sperrt man sie wieder auf. Wenn aber überhaupt jemand am Zurückschicken seine Freude haben kann, so sind es die Kanzlei Sekretäre. Man kann sie bestechen? Als ob eine Bestechung leicht wäre. Weiß man, ob eine Bestechung nicht einen großartigen Prozess einträgt und mit Gefängnis endet? Man weiß nur, dass alle Beamten bestechlich sind. Ja, alle Menschen sind bestechlich. Die Bestechlichkeit ist eine Tugend der menschlichen Natur. Aber wann und ob einer seiner Bestechlichkeit eingesteht, kann man nie wissen. Man kann nicht wissen, ob der Beamte, der schon zehnmal Geld genommen hat, beim elften Mal die Anzeige erstattet, einfach um zu beweisen, dass er zehnmal nichts genommen hat und um noch weitere hundertmal nehmen zu können. Glücklicherweise gibt es fast überall Leute, die ganz genau um die Seele des Beamten Bescheid wissen und die davon leben. Auch diese Kenner sind Juden. Aber weil sie so selten vorkommen und vereinzelt in jeder Stadt und weil sie die Fähigkeit haben, mit den Beamten in der Landessprache zu trinken, sind diese Juden beinahe selbst schon Beamte. Und sie selbst muss man zuerst bestechen, um überhaupt erst einmal bestechen zu können. Aber auch die vollendete Bestechung erspart keine Demütigungen und keine unnützen Wege. Man erträgt Demütigungen und wandert nutzlose Wege. Dann hat man die Papiere. Vier Wenn also alles klappt, macht Amerika die Grenze wieder zu, sagt, für dieses Jahr hätte es schon der Ostjuden genug. Und nun sitzt man da und wartet auf das nächste Jahr. Dann endlich fährt man vierter Klasse, Personenzug sechs Tage nach Hamburg. Man wartet weitere zwei Wochen auf das Schiff. Schließlich besteigt man es. Und während alle Passagiere mit Schnupftüchern winken und dem Weinen nahe sind, ist der jüdische Emigrant zum ersten Mal in seinem Leben froh. Er hat Angst, aber auch Gottvertrauen. Er fährt in ein Land, das alle Ankommenden mit einer riesengroßen Freiheitsstatue grüßt. Diesem riesigen Monument muss die Wirklichkeit einigermaßen entsprechen. Einigermaßen entspricht die Wirklichkeit dem Symbol. Aber nicht etwa deshalb, weil man es drüben mit der Freiheit aller Menschen so ernst nimmt, sondern weil es drüben noch jüdischere Juden gibt, nämlich Neger. Dort ist ein Jude zwar ein Jude, aber er ist in der Hauptsache ein Weißer. Zum ersten Mal bietet ihm seine Rasse einen Vorteil. Der Ostjude fährt dritter Klasse bzw. Zwischendeck. Die Überfahrt ist besser, als er sich vorgestellt hat, aber die Landung ist schwieriger. Schon die ärztliche Untersuchung im europäischen Hafen war übel genug. Nun kommt auch noch eine strengere Untersuchung und irgendwo stimmen die Papiere nicht ganz. Es sind zwar richtige, mit großer Mühe erhaltene Papiere, aber sie sehen dennoch so aus, als ob sie nicht stimmten. Möglich auch, dass auf dem Schiff ein Ungeziefer sich ins Hemd des Juden geschlichen hat. Alles möglich. Aber der Jude kommt in eine Art Gefangenschaft, die man Quarantäne nennt oder ähnlich. Ein hoher Zaun schützt Amerika vor ihm. Durch die Gitter seines Kerkers sieht er die Freiheitsstatue und er weiß nicht, ob er oder die Freiheit eingesperrt ist. Er darf nachdenken, wie es in New York sein wird. Er kann sich's kaum vorstellen. So aber wird es sein. Er wird zwischen zwölfstöckigen Häusern, zwischen Chinesen, Ungarn und anderen Juden wohnen, wieder ein Haustier sein, wieder die Polizeifürchten, wieder schikaniert werden. Seine Kinder werden vielleicht Amerikaner werden, vielleicht berühmte Amerikaner, reiche Amerikaner. Könige irgendeines Materials. Davon träumt der Jude hinter den Gittern seiner Quarantäne. Die Lager der Juden in Sowjetrussland Auch im alten Russland waren die Juden eine nationale Minderheit, aber eine misshandelte. Durch Verachtung, Unterdrückung und Pogrom kennzeichnete man die Juden als eine eigene Nation. Man war nicht etwa bestrebt, sie durch Vergewaltigung zu assimilieren. Man war bestrebt, sie abzugrenzen. Die Mittel, die man gegen sie anwandte, sahen so aus, als wollte man sie vertilgen. In den westlichen Ländern war der Antisemitismus vielleicht ein primitiver Abwehrinstinkt. Im christlichen Mittelalter ein religiöser Fanatismus. In Russland war der Antisemitismus ein Mittel zu regieren. Der einfache Muschik war kein Antisemit. Der Jude war ihm kein Freund, sondern ein Fremder. Russland, das für so viele fremde Raum hatte, war auch frei für diesen. Der Halbgebildete und der Bürger waren Antisemiten, weil der Adel es war. Der Adel war es, weil der Hof es war. Der Hof war es, weil der Zar, für den er sich nicht schickte, seine eigenen rechtgläubigen Landeskinder zu fürchten, vorgab, nur die Juden zu fürchten. Man schrieb ihnen infolgedessen Eigenschaften zu, die sie allen Ständen gefährlich erschienen ließen. Für den einfachen Mann aus dem Volke wurden sie Ritualmörder, für den kleinen Besitzer Zerstörer des Eigentums, für den höheren Beamten plebäische Schwindler, für den Adel gefährliche, weil kluge Sklaven, für den kleinen Beamten, endlich, den Funktionär aller Stände, waren die Juden alles. Ritualmörder, Krämer, Revolutionäre und Pöbel. In den westlichen Ländern brachte das 18. Jahrhundert die Emanzipation der Juden. In Russland begann der offizielle legitime Antisemitismus in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. In den Jahren 1881 bis 1882 organisierte Plewe, der spätere Minister, die ersten Pogrome in Südrussland. Sie sollten die revolutionären jungen Juden abschrecken. Aber der gedungene Pöbel, der sich nicht für Attentate rächen, sondern nur plündern wollte, überfiel die Häuser der reichen, konservativen Juden, auf die man es gar nicht abgesehen hatte. Man ging deshalb zu den sogenannten stillen Pogromen über, schuf die bekannten Ansiedlungsbereiche, vertrieb die jüdischen Handwerker aus den großen Städten, bestimmte einen numerus clausus für die jüdischen Schulen und unterdrückte die jüdische Intelligenz an den Hochschulen. Da aber gleichzeitig der jüdische Millionär und Eisenbahnunternehmer Poljakov ein intimer Freund des Zarenhofes war und man seinen Angestellten den Aufenthalt in den großen Städten gestatten musste, wurden tausende russische Juden Poljakovs Angestellte. Derlei Auswege gab es viele. Der Schlauheit der Juden entsprach die Bestechlichkeit der Beamten. Deshalb ging man in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts wieder zu den offenen Pogromen über und zu den kleinen und großen Ritualmordprozessen. Heute ist Sowjetrussland das einzige Land in Europa, in dem der Antisemitismus verpönt ist, wenn er auch nicht aufgehört hat. Die Juden sind vollkommen freie Bürger, mag ihre Freiheit auch noch nicht die Lösung der jüdischen Frage bedeuten. Als Individuen sind sie frei von Hass und Verfolgung. Als Volk haben sie alle Rechte einer nationalen Minderheit. Die Geschichte der Juden kennt kein Beispiel einer so plötzlichen und einer so vollkommenen Befreiung. Von den 2.750.000 Juden in Russland sind 300.000 organisierte Arbeiter und Angestellte, 130.000 Bauern, 700.000 Handwerker und freie Berufe. Der Rest besteht a. aus Kapitalisten und Deklassierten, die als unproduktive Elemente gelten, b. aus kleinen Händlern, Vermittlern, Agenten, Hausierern, die als nicht produzierende, aber proletarische Elemente angesehen werden. Die Kolonisation der Juden wird eifrig betrieben, zum Teil mit amerikanischem Geld, das vor der Revolution fast ausschließlich der Palästina-Kolonisation zugute kam. Es gibt jüdische Kolonien in der Ukraine, bei Odessa, bei Kherson, in der Krim. Seit der Revolution sind 6.000 jüdische Familien zur Landarbeit herangezogen worden. Im Ganzen wurden 102.000 Desiathinen Acker den jüdischen Bauern zugeteilt. Gleichzeitig industrialisiert man die Juden, d.h. man versucht, die unproduktiven Elemente als Arbeiter in den Fabriken unterzubringen und die Jugend in den etwa 30 jüdisch-professionell-technischen Schulen zur Facharbeitern heranzubilden. In allen Orten mit starker jüdischer Bevölkerung gibt es Schulen mit jüdischer Unterrichtssprache. In der Ukraine allein 350.000 Frequentanten jüdischer Schulen, in Weißrussland ungefähr 90.000. Es gibt in der Ukraine 33 Gerichtskammern mit jüdischer Verhandlungssprache, jüdische Vorsteher in Kreisgerichten, jüdische Miliz-Polizeiverbände. Es erscheinen drei große Zeitungen in jüdischer Sprache, drei Wochenschriften, fünf Monatshefte. Es gibt einige jüdische Staatstheater. An den Hochschulen bilden die nationalen Juden einen starken Prozentsatz. In der Kommunistischen Partei ebenfalls. Es gibt 600.000 jüdische Jungkommunisten. Man sieht aus diesen paar Zahlen und Fakten, wie man in Sowjetrussland an die Lösung der jüdischen Frage herangeht. Mit dem unbeirrbaren Glauben an die Unfehlbarkeit der Theorie, mit einem etwas unbekümmerten, undifferenzierten, aber edlen und reinen Idealismus. Was verordnet die Theorie? Nationale Autonomie Aber um dieses Rezept vollständig anwenden zu können, muss man aus den Juden erst eine richtige nationale Minderheit machen, wie es zum Beispiel die Grusinier, die Deutschen, die Weißrussen sind. Man muss die unnatürliche soziale Struktur der jüdischen Masse verändern. Aus einem Volk, das von allen Völkern der Welt am meisten Bettler, amerikanische Pensionen, Empfänger, Schnorrer und Deklassierte hat, ein Volk mit einer landesüblichen Physiognomie machen. Und weil dieses Volk in einem sozialstaatlichen Staat leben soll, muss man seine kleinbürgerlichen Elemente und die Unproduktiven verbauern lassen und proletarisieren. Schließlich wird man ihnen ein geschlossenes Gebiet anweisen müssen. Es ist selbstverständlich, dass ein so kühner Versuch nicht in einigen Jahren gelingen kann. Das Elend der armen Juden ist vorläufig nur gemildert durch die Freizügigkeit. Aber so viele auch in die neu erschlossenen Gebiete abwandern, die alten Ghettos sind immer noch überfüllt. Ich glaube, dass der jüdische Proletarier schlechter lebt als jeder andere. Meine traurigsten Erlebnisse verdanke ich meinen Wanderungen durch die Moldovanka, das Judenviertel von Odessa. Da geht ein schwerer Nebel herum wie ein Schicksal, da ist der Abend ein Unheil, der aufsteigende Mond ein Hohn. Die Bettler sind hier nicht nur die übliche Fassade der Stadt, hier sind sie dreifache Bettler, denn hier sind sie zu Hause. Jedes Haus hat fünf, sechs, sieben winzige Läden. Jeder Laden ist eine Wohnung. Vor dem Fenster, das zugleich die Tür ist, steht eine Werkstatt, hinter ihr das Bett, über dem Bett hängen die Kinder in Körben und das Unglück wiegt sie hin und her. Große, vierschrötige Männer kehren heim. Es sind die jüdischen Lastträger vom Hafen. Inmitten ihrer kleinen, schwachen, hysterischen, blassen Stammesgenossen sehen sie fremd aus, eine wilde, barbarische Rasse, unter alte Semiten verirrt. Alle Handwerker arbeiten bis in die späten Nachtstunden. Aus allen Fenstern weint ein trübes, gelbes Licht. Das sind merkwürdige Lichter, die keine Helligkeit verbreiten, sondern eine Art Finsternis mit hellem Kern. Sie sind nicht verwandt mit dem segensreichen Feuer, sie sind nur Seelen von Dunkelheiten. Die alte, die wichtigste Frage, stellt die Revolution überhaupt nicht. Ob die Juden eine Nation sind wie jede andere. Ob sie nicht weniger oder mehr sind. Ob sie eine Religionsgemeinschaft, eine Stammesgemeinschaft oder nur eine geistige Einheit sind. Ob es möglich ist, ein Volk, das sich durch die Jahrtausende nur durch seine Religion und die Ausnahmestellung in Europa erhalten hat, unabhängig von seiner Religion als Volk zu betrachten. Ob in diesem besonderen Fall eine Trennung von Kirche und Nationalität möglich ist. Ob es möglich ist, aus Menschen mit ererbten geistigen Interessen Bauern zu machen. Aus stark geprägten Individualitäten, Individuen mit Massenpsychologie. Ich habe jüdische Bauern gesehen. Sie haben freilich keinen Ghetto-Typus mehr. Sie sind Landmenschen. Aber sie unterscheiden sich sehr deutlich von anderen Bauern. Der russische Bauer ist zuerst Bauer und dann Russe. Der jüdische zuerst Jude und dann Bauer. Ich weiß, dass diese Formulierung jeden konkret eingestellten Menschen sofort zu der höhnischen Frage reizt. Woher wissen sie das? Ich sehe das. Ich sehe, dass man nicht umsonst 4000 Jahre Jude gewesen ist. Nichts als Jude. Man hat ein altes Schicksal, ein altes, gleichsam erfahrenes Blut. Man ist ein geistiger Mensch. Man gehört einem Volk an, das seit 2000 Jahren keinen einzigen Analphabeten gehabt hat. Einem Volk mit mehr Zeitschriften als Zeitungen. Einem Volk, wahrscheinlich dem einzigen der Welt, dessen Zeitschriften eine weit höhere Auflage haben als alle seine Zeitungen. Während ringsum die anderen Bauern erst mühselig zu schreiben und zu lesen anfangen, wälzt der Jude hinter dem Pflug die Probleme der Relativitätstheorie in seinem Hirn. Für Bauern mit so komplizierten Gehirnen sind noch keine Ackergeräte erfunden worden. Ein primitives Gerät erfordert einen primitiven Kopf. Ein Traktor selbst ist, verglichen mit dem dialektischen Verstand des Juden, ein einfaches Werkzeug. Die Kolonien der Juden mögen gut erhalten, sauber, ertragreich sein. Bis jetzt sind es nur sehr wenige. Aber sie sind eben Kolonien. Sie werden keine Dörfer. Ich kenne den billigsten aller Einwände. Dass die Aale, der Hobel, der Hammer, der jüdischen Handwerker gewiss nicht komplizierter sind als der Pflug. Aber dafür ist die Arbeit eine unmittelbar schöpferische. Den schöpferischen Prozess bei der Entstehung des Brotes besorgt die Natur. Aber die Erschaffung eines Stiefels besorgt der Mensch ganz allein. Ich kenne auch den anderen Einwand. Dass so viele Juden Fabriksarbeiter sind. Aber erstens sind die meisten gelernte Facharbeiter. Zweitens halten sie ihr hungriges Gehirn schadlos für die mechanische Handarbeit durch geistige Nebenbeschäftigungen, durch künstlerischen Dilettantismus, durch eine verstärkte politische Tätigkeit, durch eifrige Lektüre, durch Mitarbeit an Zeitungen. Drittens kann man gerade in Russland eine zwar nicht zahlenmäßig starke, aber ständige Abwanderung jüdischer Arbeiter aus Fabriken beobachten. Sie werden Handwerker, also selbstständig, wenn auch nicht Unternehmer. Ein kleiner jüdischer Heiratsvermittler kann eher ein Bauer werden. Seine Beschäftigung ist nicht nur unproduktiv, sie ist in einem gewissen Sinn auch unmoralisch. Er hat schlecht gelebt, wenig verdient, mehr geschnorrt als gearbeitet. Aber welch eine verwickelte, schwierige, wenn auch verwerfliche Arbeit hat sein Gehirn geleistet, um eine Partie zu vermitteln, einen einzigen, geizigen, reichen Volksgenossen zu einem beträchtlichen Almosen zu veranlassen. Was soll dieses Gehirn in der tödlichen Ruhe? Die Produktivität der Juden ist ja niemals eine grob sichtbare. Wenn 20 Generationen unproduktiver Grübler nur dazu gelebt haben, um einen einzigen Spinoza hervorzubringen. Wenn 10 Generationen Rabbiner und Händler nötig sind, um einen Mendelssohn zu zeugen. Wenn 30 Generationen bettelnder Hochzeitsmusikanten nur dazu geigen, damit ein berühmter Virtuose entstehe, so nehme ich diese Unproduktivität in Kauf. Vielleicht wären auch Marx und LaSalle ausgeblieben, wenn man aus ihren Vorfahren Bauern gemacht hätte. Wenn man also in Sowjetrussland Synagogen in Arbeiterclubs verwandelt und die Talmudschulen verbietet, weil sie angeblich religiöse sind, so müsste man sich zuerst ganz klar darüber sein, was bei den Ostjuden Wissenschaft, was Religion, was Nationalität ist. Aber Wissenschaft ist ja bei ihnen Religion. Und Religion? Nationalität. Ihren Klerus bilden ihre Gelehrten. Ihr Gebet ist eine nationale Äußerung. Was aber jetzt in Russland als nationale Minderheit Rechte und Freiheit genießen wird, Land bekommt und arbeitet, das ist eine ganz andere jüdische Nation. Das ist ein Volk mit alten Köpfen und neuen Händen, mit altem Blut und verhältnismäßig neuer Schriftsprache, mit alten Gütern und neuer Lebensform, mit alten Talenten und neuer Nationalkultur. Der Zionismus wollte Tradition und neuzeitlichen Kompromiss. Die nationalen Juden Russlands blicken nicht zurück. Sie wollen nicht die Erden der alten Hebräer sein, sondern nur ihre Nachkommen. Selbstverständlich weckt ihre plötzliche Freiheit hier und dort einen heftigen, wenn auch stillen Antisemitismus. Wenn ein arbeitsloser Russe sieht, dass ein Jude in einer Fabrik Aufnahme findet, um industrialisiert zu werden, wenn ein Bauer, den man enteignet hat, von der jüdischen Kolonisation hört, so regt sich gewiss in beiden der alte, hässliche, künstlich gezüchtete Instinkt. Aber während er im Westen eine Wissenschaft geworden ist, der Blutdurst bei uns eine politische Gesinnung ist, bleibt im neuen Russland der Antisemitismus eine Schande. Die öffentliche Scham wird ihn umbringen. Wird in Russland die Judenfrage gelöst, so ist sie in allen Ländern zur Hälfte gelöst. Jüdische Emigranten aus Russland gibt es noch kaum, eher jüdische Einwanderer. Die Gläubigkeit der Massen nimmt in einem rapiden Tempo ab. Die stärkeren Schranken der Religion fallen, die schwächeren Nationalen ersetzen sie schlecht. Wenn diese Entwicklung dauert, ist die Zeit des Zionismus vorbei, die Zeit des Antisemitismus und vielleicht auch die des Judentums. Man wird es hier begrüßen und dort bedauern. Aber jeder muss achtungsvoll zusehen, wie ein Volk befreit wird, von der Schmach zu leiden und ein anderes von der Schmach zu misshandeln. Wie der Geschlagene von der Qual erlöst wird und der Schlagende vom Fluch, der schlimmer ist als eine Qual. Das ist ein großes Werk der russischen Revolution. Nachwort Es ist mir eine höchst erwünschte Pflicht, den geschätzten Leser zum Schluss auf die Tatsache hinzuweisen, dass sich wahrscheinlich die Verhältnisse der Juden in Sowjetrussland, so wie ich sie im letzten Abschnitt zu schildern versucht habe, geändert haben dürften. Zahlen und Ziffern stehen mir nicht zur Verfügung. Meine im vorliegenden mitgeteilten Angaben hatte ich von einer Studienreise in Russland mitgebracht. Die gewiss unzuverlässigen, weil tendenziösen Angaben, die ich vielleicht aus Moskau erhalten könnte, darf ich nicht verwenden, wenn ich nach dem besten Wissen und Gewissen Zeugnis ablegen soll. Aber ich bin gewiss, dass sich in der prinzipiellen Haltung Sowjetrusslands den Juden gegenüber nichts geändert hat. Auf dieses Prinzip aber kommt es an, nicht auf die Zahlen. Es ist vielleicht gestattet, an dieser Stelle auf das schauerlichste Ereignis des letzten Jahres hinzuweisen, und zwar mit Bezug auf meine Mitteilung über den jüdischen Bannfluch, der nach der Vertreibung der Juden aus Spanien von den Rabbinern ausgesprochen wurde. Auf den spanischen Bürgerkrieg Wenigen Lesern wird wahrscheinlich die Version bekannt sein, der zufolge in diesen Jahren der Kerem, der große Bannfluch, erlöschen sollte. Ich darf mir selbstverständlich nicht anmaßen, eine deutliche Beziehung zwischen dem metaphysischen und der so grauenhaften Realität herzustellen. Aber ich darf es wohl verantworten, wenn ich auf diese immerhin frappierenden Tatsachen hinweise. Ich will nicht etwa die Formulierung gelten lassen, just wenn der Bannfluch erlischt, beginnt die größte Katastrophe, die Spanien jemals gekannt hat. Ich will nur auf diese, gewiss mehr als nur kuriose, Gleichzeitigkeit hingewiesen haben und auf jenen Satz der Väter, der lautet, das Gericht des Herrn tagt zu jeder Stunde hier unten und dort oben. Es vergehen manchmal Jahrhunderte, aber das Urteil ist unausbleichlich. Im Juni 1937, Josef Roth Vorrede zur neuen Auflage Vorwort von 1937 für eine geplante Neuausgabe im Verlag Allaire de Lange Amsterdam Anmerkung des Herausgebers Als ich vor vielen Jahren dieses Buch schrieb, das ich jetzt in abgeänderter Fassung den Lesern wieder darbieten möchte, gab es noch kein akutes Westjudenproblem. Es handelte sich nur damals in der Hauptsache darum, den Nichtjuden und Juden Westeuropas Verständnis für das Unglück der Ostjuden beizubringen. Insbesondere im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, das nicht etwa Amerika heißt, sondern Deutschland. Ein latenter Antisemitismus war freilich immer dort wie überall vorhanden. In dem begreiflichen Bestreben, ihn entweder nicht zur Kenntnis zu nehmen oder ihn zu übersehen und in jener tragischen Verblendung, die bei vielen, bei den meisten Westjuden den verlorenen oder verwässerten Glauben der Väter zu ersetzen scheint und die ich den Aberglauben an den Fortschritt nenne, fühlten sich die deutschen Juden trotz allerhand bedrohlichen antisemitischen Symptomen als ebenbürtige Deutsche. An hohen Feiertagen bestenfalls als jüdische Deutsche. Manche unter ihnen waren leider oft versucht, für die Äußerungen der antisemitischen Instinkte die nach Deutschland eingewanderten Ostjuden verantwortlich zu machen. Es ist eine oft übersehene Tatsache, dass auch Juden antisemitische Instinkte haben können. Man will nicht durch einen Fremden, der eben aus Lodz gekommen ist, an den eigenen Großvater erinnert werden, der aus Posen oder Katowice stammt. Es ist die ignoble, aber verständliche Haltung eines gefährdeten Kleinbürgers, der eben im Begriff ist, die recht steile Leiter zur Terrasse der Großbourgeoisie mit Freiluft und Fernaussicht emporzuklimmen. Beim Anblick eines Vätters aus Lodz kann man leicht die Balance verlieren und abstürzen. In dem Bestreben, jene Terrasse zu erreichen, auf der adelige, christliche, industrielle und jüdische Finanzmenschen unter bestimmten Umständen geneigt waren, vorzugeben, dass sie alle gleich sind und ihre Gleichheit so nachdrücklich betonen, dass jeder Empfindliche deutlich hätte hören können, dass sie eigentlich alle ihre Ungleichheit betonen, warf der deutsche Jude seinem Glaubensgenossen sehr schnell ein Almosen zu, um nur nicht am Aufstieg behindert zu werden. Almosen einem Fremden geben ist die schimpflichste Art der Gastfreundschaft, aber immerhin noch Gastfreundschaft. Es gab aber manche deutsche Juden und einer ihrer Repräsentanten büßt heute im Konzentrationslager, die sich nicht nur einbildeten, ohne den Zuzug der ostjüdischen Menschen wäre alles in Butter, schlimmstenfalls in deutscher Margarine, sondern die sogar auch den plebäischen Büttel auf den hilflosen Fremdling hetzen, wie man Hunde hetzt auf Landstreicher. Als aber dann der Büttel zur Macht kam, der Hausmeister, die herrschaftliche Wohnung okkupierte, alle Kettenhunde sich losrissen, sah der deutsche Jude, dass er heimatloser und schutzloser war, als noch vor einigen Jahren sein Vetter aus Lodsch. Er war hochmütig geworden. Er hatte den Gott seiner Väter verloren und einen Götzen, den zivilisatorischen Patriotismus, gewonnen. Ihn aber hatte Gott nicht verlassen. Und er schickte ihn auf die Wanderung. Ein Leid, das den Juden gemäß ist und allen anderen auch, auf das sie nicht vergessen, dass nichts in dieser Welt beständig ist, auch die Heimat nicht. Und dass unser Leben kurz ist, kürzer noch als das Leben der Elefanten, der Krokodile und der Raben. Sogar Papageien überleben uns. Nun scheint es mir an der Zeit, die deutschen Juden vor ihren Lodscher-Vettern ebenso zu verteidigen, wie ich damals die Lodscher-Vettern vor den Deutschen zu verteidigen versucht hatte. Der deutsche Jude ist nicht einmal ein Ostjude. Das Wandern hat er verlernt, das Leiden und das Beten. Er kann nur arbeiten und gerade dieses erlaubt man ihm nicht. Von den 600.000 deutschen Juden sind etwa 100.000 ausgewandert. Die Mehrzahl findet nirgends Arbeit. Ja, sie dürfen nicht einmal Arbeit suchen. Die Reisepässe laufen ab und werden ungültig. Und man weiß, dass die zeitgenössischen Menschenleben fast ebenso von den Pässen abhängig sein können, wie die altertümlichen von den bekannten Fäden. Mit den von den klassischen Parzen geerbten Scheren stehen sie da. Gesandtschaften, Konsulate, geheime Staatspolizisten. Unglückliche werden von niemandem geliebt, nicht einmal von ihren nächsten Kollegen, den Unglücklichen. Lediglich von Frommen und Heiligen, die man in dieser pläbisierten Welt ebenso verachtet wie die Juden. Wohin soll man gehen? Der Emigrant errät dank der Feinfühligkeit seiner Wirrnis, die den sechsten Sinn verleiht, jene unsichtbare Inschrift, die ringsum an allen Grenzen ihm zuruft, bleibe im Lande und stirb elend. Diese ausgewanderten deutschen Juden bilden gleichsam ein ganz neues Volk. Sie haben verlernt, Juden zu sein. Sie fangen an, das Judensein langsam zu erlernen. Sie können nicht vergessen, dass sie Deutsche sind, und sie können auch ihr Deutschtum nicht verlernen. Wie Schnecken sind sie, die zwei Häuser zugleich auf ihrem Rücken tragen. In allen fremden Ländern, in den Exotischen gar, wirken sie deutsch. Sie können es nicht so leicht leugnen, wenn sie nicht lügen wollen. Ach, die gemeine Welt denkt in herkömmlichen, faulen, abgegriffenen Schablonen. Sie fragt einen Wanderer nicht nach dem Wohin, sondern nach dem Woher. Indessen ist einem Wanderer doch das Ziel wichtig und nicht der Ausgangspunkt. Wenn eine Katastrophe hereinbricht, sind die Menschen nebenan hilfreich aus Erschütterung. Das ist die Wirkung akuter Katastrophen. Es scheint, dass die Menschen wissen, dass Katastrophen kurz sind. Aber chronische Katastrophen können die Nachbarn so wenig ertragen, dass ihnen allmählich Katastrophen und deren Opfer gleichgültig, wenn nicht unangenehm werden. So tief eingepflanzt ist in den Menschen der Sinn für Ordnung, Regel und Gesetz, dass sie der gesetzlosen Ausnahmen, der Verwirrung, dem Wahn und dem Irrsinn nur eine knappe Zeitspanne zugestehen wollen. Wenn der Wahn aber lange dauert, erlahmen die hilfreichen Arme. Erlischt das Feuer der Barmherzigkeit. Man gewöhnt sich an das eigene Unglück. Weshalb nicht an das Unglück des Nächsten, insbesondere an das Unglück der Juden. Viele Wohltätigkeitskomitees haben sich aufgelöst, freiwillig und unfreiwillig. Ein paar großzügige Wohltäter können eine Massenelend nicht steuern. Den sogenannten intellektuell emigrierten Juden sind alle europäischen Länder als Berufsstätten versperrt, ebenso alle Kolonien. Palästina hat, wie man weiß, nur ein paar Tausend aufnehmen können. Aus Argentinien, Brasilien, Australien kommen viele nach kurzer Zeit zurück. Die Länder hielten nicht, was die Komitees versprochen hatten. Sich selbst wie den Emigranten. Von jenen, die dort bleiben, weiß ich nicht, in welchem Zustand sie sich befinden. Das heißt, im Lebenden oder im Toten. Einzelnen gelingt manches. Es ist ein ewiges Naturgesetz. Gründlich geholfen hat die Welt nicht. Nicht einmal zweckmäßig. Wie hätte man es auch von dieser Welt erwarten können? 4. In einer solchen Welt ist es nicht nur unmöglich, dass die Emigranten Arbeit und Brot bekommen. Das ist beinahe selbstverständlich. Aber es ist auch unmöglich, dass sie ein sogenanntes Papier bekommen. Und was ist ein Mensch ohne Papiere? Weniger als ein Papier ohne einen Menschen. Der sogenannte Nansen-Pass, mit dem die russischen Emigranten nach der Revolution ausgestattet wurden und der ihnen nebenbei gesagt auch keine ungehinderte Bewegungsfreiheit verschafft hat, kommt für die deutschen Emigranten nicht in Frage. Freilich gibt es beim Völkerbund eine Stelle, einen englischen Kommissar, dessen Aufgabe es ist, die Papierverhältnisse der deutschen Emigranten zu regeln. Allein wir kennen den Völkerbund, seine schwerfällige Administration und die goldenen Ketten, mit denen die Hände seiner auch gutwilligen Kommissare gebunden sind. Der einzige Staat, der bis jetzt den deutschen Emigranten gültige Papiere ausgestellt hat, die aber auch nicht volle Bewegungsfreiheit bedeuten, ist Frankreich. Auch diese Papiere wurden nur einer beschränkten Anzahl deutscher Emigranten ausgefolgt, jenen, die vor einem bestimmten Termin nach Frankreich geflüchtet waren und nur unter gewissen Bedingungen. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, selbst auf einem solchen legalen Papier ein Visum eines anderen beliebigen Staates zu erhalten. Italien, Polen, Litauen, England sogar lassen Staatenlose ungern ins Land. Mit einem solchen Papier kann eigentlich nur ein prominenter Flüchtling reisen. Ein jüdischer Journalist, Zeitungsherausgeber, Filmschauspieler, Regisseur. Sie kennen die Botschafter und Gesandten meist persönlich. Aber man fragt sich, auf welche Weise zum Beispiel ein armer jüdischer Schneider in die Kanzlei eines Legationsrates gelangt. Es ist ein abstruser Zustand. Man ist ein Wanderer und dennoch festgeklemmt. Man flüchtet und ist zurückgehalten. Man muss unstet sein und darf sich nicht rühren. Und man muss noch Gott und insbesondere der Polizei dafür danken. In manchen Kulturländern Europas veranstalten alljährlich die Tierschutzvereine seltsame Flugexpeditionen nach dem Süden. Man sammelt die Zugvögel, die von ihren Artgenossen im Herbst zurückgelassen wurden, und befördert sie in Käfigen nach Italien, wo sie übrigens vom Volke abgeschossen und gebraten werden. Wo gibt es einen Menschenschutzverein, der unsere Artgenossen ohne Pass und ohne Visum in das von ihnen ersehnte Land bringen wollte? 5000 Schwalben, die doch offenbar einem unerforschlichen, unerforschten Naturgesetz zur Folge zurückgeblieben sind, haben mehr Wert als 50.000 Menschen? Ein Vogel braucht keinen Pass, kein Reisebillier, kein Visum. Und ein Mensch wird eingesperrt, wenn ihm eins von den dreien fehlt? Sind die Menschen bereits den Vögeln näher als den Menschen? Tierpeiniger werden bestraft und Menschenpeiniger mit Orten ausgezeichnet. Denn Zugvögeln gleich, obwohl sie es nicht so nötig haben, werden auch sie zuweilen von Nord nach Süd, von Süd nach Nord in Flugzeugen befördert. Kein Wunder, dass der Tierschutzverein in allen Ländern, in allen Schichten der Bevölkerung, populärer ist als der Völkerbund. Zum Wandern verurteilt sind auch jene Juden, die in Deutschland geblieben sind. Aus den ganz kleinen Städten müssen sie in größere ziehen, aus den größeren in große und hier und dort aus den großen ausgewiesen, wieder zurück in kleinere. Aber selbst wenn sie faktisch sesshaft bleiben, welch eine Wanderung vollzieht sich mit ihnen, in ihnen, um sie herum. Man wandert von Freunden fort, vom gewohnten Gruß, vom vertrauten Wort. Man schließt die Augen, um es nicht wahr sein zu lassen, was sie soeben wahrgenommen haben. Und es ist eine Wanderung in eine gelogene, gewollte, falsche Nacht. Man wandert vom Schrecken, den man eben erfahren hat, in die Furcht, die gewalttätigere Schwester des Schreckens. Und man versucht sich in ihr der Unheimlichen behaglich und wohlig zu fühlen. Man wandert in die Lüge, in die schlimmste Art der Lüge, nämlich in die Selbstlüge. Man wandert aber auch von einer Behörde zu anderen, vom Polizeikommissariat zum Polizeipräsidium, vom Steueramt zur nationalsozialistischen Parteistelle, man wandert vom Konzentrationslager zur Polizei, von hier zum Gericht, vom Gericht ins Gefängnis, aus dem Gefängnis ins Besserungslager. Das jüdische Kind in Deutschland beginnt im zarten Alter seine unheimliche Wanderung aus dem natürlichen, der kindlichen, seeligemäßen Vertrauen in Angst, Hass, Fremdheit und Misstrauen. Es wandert in der Klasse, die Schulbänke entlang, von der ersten bis zur letzten und selbst, wenn es schon Platz genommen hat, scheint es ihm, als ob es wanderte. Man wandert von einem Nürnberger Gesetz zum anderen, man wandert von einem Zeitungsstand zum anderen, als hoffe man, eines Tages würden doch die Wahrheiten feilgeboten werden. Man wandert in jenen gefährlichen, opiatischen Spruch hinein, der da heißt Alles nimmt ein Ende und bedenkt nicht, dass man selbst wahrscheinlich früher ein Ende nehmen wird. Man wandert, nein, man torkelt in die lächerliche Hoffnung, es wird nicht so schlimm werden. Und diese Hoffnung ist nichts anderes als eine moralische Korruption. Man bleibt und wandert dennoch. Eine Art Akrobatie, deren nur die Unglücklichsten fähig sind, die Sträflinge vom Bagno. Es ist das Bagno der Juden. 6. Es ist schlimmer als die babylonische Gefangenschaft. An den Ufern der Spree, der Elbe des Mains, des Rheins und der Donau darf man nicht nur nicht baden, sondern auch nicht sitzen und weinen. Höchstens im sogenannten Kulturbund, dem staatlich erlaubten geistigen Zentrum des neuen Ghettos. Dieser Kulturbund, so edlen Intentionen er auch seinen Ursprung verdanken mag, erscheint als eine unerlaubte Konzession der Juden an die barbarischen Theorien des Nationalsozialismus. Denn er basiert nicht auf der Voraussetzung, der auch so viele Juden heute zustimmen, dass sie eine eigenartige Rasse seien, sondern auf dem Zugeständnis, implicite, dass sie eine Inferiore seien. Während man zum Beispiel einem tibetanischen, japanischen, kaukasischen Kulturbund keineswegs verboten hätte, Goethe oder Beethoven aufzuführen, verbietet man's den Juden des Kulturbundes. Gesetzt den Fall, die deutschen Juden gingen mit den Nationalsozialisten in der Auffassung ganz konform, dass die Juden ein anderes Volk seien als die Deutschen. Es sei auch derer Gastvolk seit langer Zeit. So liegt eine schwere Diskriminierung in der Tatsache, dass man einem fremden Volk verbietet, deutsche Kunst aufzuführen. Eine Diskriminierung, die die Juden des Kulturbundes ohne weiteres akzeptiert haben und a priori. Nicht als eine Minderheit wurden sie behandelt, sondern als eine Minderwertigkeit. Es erschien ihnen selbstverständlich. Ihre Vorstellungen, ihre Konzerte, ihre Versammlungen werden von einem Kommissar überwacht, dem sie außerdem noch ihre Referenz erweisen müssen, wie seinerzeit am Berliner Alexanderplatz die Witwenbälle von Kriminalkommissären überwacht waren, in den Kaschemmen. Kann man von einem Mangel an Stolz der deutschen Juden sprechen? Mein Mitgefühl für sie bekäme jenen verdächtigen Beigeschmack der Sentimentalität, die in Wahrheit ein echtes Mitgefühl ausschließt oder aufhebt. Man kann nicht ein Auge zudrücken, wenn von den Fehlern der deutschen Juden die Rede ist. Nachsicht verdienen sie, aber keine Blindheit. Bei den Pogromen in Kijinjev, wie lang ist es her, dass Europa noch Europa war und dass England dem Zaren zu verstehen gab, was es heute dem Gefreiten des Weltkrieges bescheiden vorenthält, setzten sich die Juden zur Wehr. Sie erschlugen 61 Krosaken. Die jüdischen Fleischhaue in Ungarn stellen sich den Weißen Horden entgegen, schlugen sie oft in die Flucht. In Deutschland hat ein einziger Jude geschossen, am Tag des Boykotts. Er wurde selbstverständlich umgebracht. Womit sollte man diese fischblutige Art erklären, auf die perfidesten Infamien zu reagieren? Etwa mit der Gläubigkeit. Die Mehrzahl der deutschen Juden zahlte Steuern an die israelitische Kultusgemeinde. Mehrere abonnierten das Hamburger Israelitische Familienblatt, damit erschöpfte sich ihre Beziehung zum Judentum. Ich spreche hier selbstverständlich nicht von den Zionisten und den bewusst nationalen Juden, sondern von den deutschen Staatsbürgern jüdischer Konfession. Wenn man die Namen ihrer für Deutschland gefallenen Brüder von ihren Tafeln und Denkmälern auslöscht und also mit einem Schlag an den Juden sowohl Leichen als auch lebendigen Schändung vornimmt, wenn man ihnen Brot, Ehre, Erwerb, Besitz gesetzmäßig raubt, schweigen sie und leben weiter. Nicht weniger als 500.000 Menschen leben in dieser Schmach weiter, gehen auf die friedliche Straße, fahren Tramweihe und Eisenbahn, zahlen Steuern, schreiben Briefe. Es ist nicht vorstellbar, wie viel ein einmal gedemütigter an Schimpf ertragen kann. Die deutschen Juden sind doppelt unglücklicher. Sie erleiden nicht nur die Schmach, sie ertragen sie sogar. Die Fähigkeit, sie zu ertragen, ist der größere Teil des Unglücks. 7. Es gibt keinen Rat, keinen Trost, keine Hoffnung. Möge man sich darüber klar sein, dass der Rassismus keine Kompromisse kennt. Millionen von Plebeiern brauchen dringend ein paar armselige 100.000 Juden, damit sie bestätigt erhalten, schwarz auf weiß, dass sie die besseren Menschen sind. Die Hohenzollern und mit ihnen der Deutsche Adelsklub haben den Hausmeistern ihre Referenz erwiesen. Was können da noch Juden erwarten? Der Pöbel ist schon unerbittlich genug, wenn er sich gesetzlos und blinden Instinkten gehorchend zusammenrottert. Wie erst, wenn er sich organisiert? Wenn es den deutschen Juden ein Trost sein kann, so mögen sie daran denken, dass sie in einer ähnlichen Weise den Schimpfer tragen, wie das Haus der Hohenzollern, das allerdings bedeutend jünger ist als das Geschlecht der Juden. Nichts hätte dem nationalsozialistischen Regime so sehr geschadet, als etwa die wohlorganisierte, prompte Auswanderung aller Juden und aller Judenstämmlinge aus Deutschland. Der Nationalsozialismus gibt sich selbst auf, sobald er irgendeinen Kompromiss mit Juden schließt. Er zielt ja weiter in eine Richtung, die Juden gar nicht unmittelbar angeht. Er spricht von Jerusalem und er meint Jerusalem und Rom. 8 Es ist nur sehr wenigen, sehr außerlesenen gläubigen Christen klar, dass hier zum ersten Mal innerhalb der langen und beschämenden Geschichte der Judenverfolgung das Unglück der Juden mit dem der Christen identisch ist. Man prügelt den Moritz Finkelstein aus Breslau und man meint in Wirklichkeit jenen Juden aus Nazareth. Man entzieht dem jüdischen Viehhändel aus Fürth oder Nürnberg die Konzession, aber man meint jenen Hirten in Rom, der die fromme Herde weidet. Es genügt ja in der Tat nicht, dass man ein paar hunderttausend Menschen einer bestimmten Herkunft diffamiert und schändet. Die Söhne der Zollwächter fordern Revanche für die Austreibung der Zöllner. Das ist die echte Stimme des Bluts. Sie brüllt aus jedem Lautsprecher. Freilich sind viele gläubige Christen und selbst die hohen christlichen Würdenträger dieser Einsicht unzugänglich. Die Vorgänge im Dritten Reich werden sie belehren. In ihrer Verblendung gleichen diese frommen Christen fast den deutschen Juden. Man wird zur Einsicht kommen müssen, dass jenes banale Witzwort auf die Juden geprägt, das da lautet, sie sind nicht zu der Taufen. Lediglich für das Dritte Reich gilt. Es ist nicht zu der Taufen, auch nicht durch Konkordate. 9 Von den Juden, die heute noch in Deutschland leben, wird höchst wahrscheinlich nur noch ein unwesentlicher Bruchteil auswandern können und wollen. Denn auch nach einer hundertjährigen Emanzipation und einer Scheingleichberechtigung, die etwa fünfzig Jahre gedauert hat, besitzen die Juden, wenn auch nicht die göttliche Gnade, leiden zu können, wie ihre gläubigen Brüder, so doch die merkwürdige Fähigkeit, unsagbares zu erdulden. Sie werden bleiben, sie werden heiraten, sich vermehren, ihre Finsternisse und Bitterkeiten vererben und hoffen, dass eines Tages alles anders werde. Eines Tages und gewiss früher als in tausend Jahren wird sich freilich manches in Deutschland ändern. Aber mit der Generation, die jetzt in der Hitlerjugend heranwächst, werden weder die Juden noch die Christen noch die kulturbewussten Europäer erfreuliche Erfahrungen machen können. Es ist Jasons Drachensaat, die da aufgehen wird. Um die nächsten zwei Generationen der deutschen Heiden zu taufen, wird es einer ganzen Armee von Missionaren bedürfen. Solange die Deutschen nicht Christen sind, haben die Juden wenig von ihnen zu erhoffen. Es ist also menschlichem Ermessen nach wahrscheinlich, dass die Juden noch lange Parias unter den Deutschen bleiben werden. Es sei denn, man rechnete mit der beinahe utopischen Vorstellung, dass Europa zu seinem Gewissen zurückfindet, dass ein gemeinsam anerkanntes Gesetz den türichten Standpunkt der sogenannten Nicht-Einmischung verbietet, der sich aus dem geradezu vulgären und plebäischen Sprichwort hier leitet, jeder kehre vor seiner Tür. Es ist wahrhaftig die Hausmeister Philosophie, die seit einigen Jahrzehnten die Welt bestimmt. Vielmehr sollte jeder vor der Tür des Anderen kehren. Es kann mir nicht verwirrt sein, in das Haus meines Nachbarn einzudringen, wenn er im Begriff ist, seine Kinder mit der Hacke zu erschlagen. Es kann keine europäische und auch keine europäisch-christliche Moral geben, solange der Grundsatz der Nicht-Einmischung besteht. Weshalb denn maßen sich die europäischen Staaten an, Zivilisation und Gesittung in fernen Erdteilen zu verbreiten? Weshalb nicht in Europa? Eine jahrhundertealte Zivilisation eines europäischen Volkes beweist noch lange nicht, dass es durch einen unheimlichen Fluch der Vorsehung wieder barbarisch wird. Auch unter den Völkern in Afrika, die heute der Protektion zivilisierter Völker bedürfen, hat es bestimmt einige gegeben, deren jahrtausende alte Kultur eines Tages, eines Jahrhunderts möchte man sagen, aus unergründlichen Ursachen verschüttet worden ist. Die europäische Wissenschaft selbst beweist es. Man redet konstant von einer europäischen Völkerfamilie. Wenn diese Analogie stimmen soll, wo hätte man je gesehen, dass ein Bruder dem anderen nicht in den Arm fällt, wenn dieser im Begriff ist, eine Dummheit oder eine Bestialität zu begehen? Ist es mir lediglich erlaubt, dem schwarzen Kopfjäger bessere Sitten beizubringen, nicht aber dem Weißen? Für wahr eine seltsame Art von Familie, diese Völkerfamilie. Der Vater ist fest entschlossen, nur vor seiner eigenen Tür zu kehren und aus dem Zimmer seines Sohnes stinkt schon der Mist zum Himmel. Zehn Ich wollte, ich besäße die Gnade und die Einsicht, einen Ausweg auch nur andeuten zu können. Die Aufrichtigkeit, eine der oft verkannten, bescheidenen Musen des Schriftstellers, zwingt mich zu einem pessimistischen Schluss dieses meines zweiten Vorwortes. Der Zionismus ist nur eine Teillösung der Judenfrage. Zu vollkommener Gleichberechtigung und jener Würde, die äußere Freiheit verleiht, können die Juden erst dann gelangen, wenn ihre Wirtsvölker zu innerer Freiheit gelangt sind und zu jener Würde, die das Verständnis für das Leid gewährt. Es ist ohne ein Wunder Gottes kaum anzunehmen, dass die Wirtsvölker zu dieser Freiheit und dieser Würde heimfinden. Den gläubigen Juden bleibt der himmlische Trost, den anderen das zwei Victis.